zehn Minuten zu spät, aber das heißt ja im akademischen, um mal den ältesten Treppenwitz an Schwierigkeiten rauszuholen, dass wir fünf Minuten zu früh sind. Genau, mit so, mit genau diesem Witz habe ich früher immer meinen Mathematik-Fokus eröffnet. Der begann laut irgendwie Ankündigung um neun und dann waren so natürlich um neun irgendwie alle da und setzten sich so hin und erzählten so und irgendwann wurde es dann so von allein irgendwie immer ruhiger im Raum und immer ruhiger, weil er gedacht hat, jetzt will der Menschheit da vorne irgendwie mal anfangen, worauf wartet der jetzt? Und dann habe ich eben auch so mal zehn nachgesagt, ja man könnte jetzt denken, wir sind zehn Minuten zu spät, aber naja. Und das Ganze erklärt, wie das so ist mit dem akademischen Viertel, wo das herkommt. Zumal, also ich kenne das gar nicht. Also alles, alles fängt immer, also CT ist total oldschool, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster halten, aber ich glaube, das hängt mit dem Gründungsjahr der Universität zusammen. Wahrscheinlich ist das so und ich meine, in der, also wir können das jetzt ja aufklären, also klar, in der analogen Welt, in der Kohlenstoffwelt hat das natürlich einen Grund, man kann nicht gleichzeitig in einem Raum und direkt im nächsten sein, man muss irgendwie über den Campus wandeln und dafür braucht man halt Zeit auch vielleicht, um in der Kaffee vorbeizuschauen und sich einen Kaffee zu holen. Und in der Online-Welt muss man halt Skype, OBS und die ganzen anderen beteiligten Programme überreden, irgendwie miteinander zu arbeiten. Und das, äh, interessanterweise, obwohl wir das heute zum 25. Mal machen, das ist ja eigentlich eine Art Jubiläum, ähm, haben wir doch irgendwie immer wieder Probleme damit. Ich glaube, wir müssen, ja, wir müssten mal aufzeigen, oder wir könnten, ich glaube, ich bereite fürs nächste Mal schon mal, das habe ich bestimmt schon öfter gesagt, wo ich mich kenne, so eine Art Architekturbild, oder wo läuft die Signalkette, äh, wie zusammen, aber die Probleme, dich oder überhaupt ein zweites Bild hier in das Gesamtbild sozusagen zu bekommen, damit wir das dann wieder rausschicken können, das ist schon ein bisschen wild. Ja, wir haben heute wieder festgestellt, also die Programme vergessen Einstellungen, die man dann irgendwann nach gewisser Zeit nach irgendeinem Update wieder tätigen muss und, äh, man muss alles in der richtigen Reihenfolge, ähm, dann doch irgendwie aktivieren. Also, was mich, ich habe ja am Wochenende auch, oder, oder zum Ende letzter Woche einen, äh, ausführlicheren Blogartikel drüber geschrieben, so als, als Startprotokoll, als Checkliste, äh, wie man eine, ähm, vernünftige Hybride der Veranstaltung zumindest technisch ans Laufen bekommt und das ist, also wahrscheinlich bräuchten wir sowas ähnliches hier für, für dieses Streamformat. Ja, aber ich meine, wir ändern ja immer wieder so Kleinigkeiten, aber auf der anderen Seite, ach, es ist, also eigentlich will ich ja als Lehrender keine Checkliste, also das, das Abschreckendste, finde ich persönlich, ist eine, also, wenn ich eine Checkliste kriege ich vom TÜV, oder, also, ja, oder, oder, wenn, also auch zum Beispiel große Checklisten und große Qualitätssicherungen, so im Hafen, im Flughafenbereich existieren ja durchaus, im Logistikverkehr und Sicherheit auch, aber davon will ich ja nichts mitbekommen. Also, ich will ja einfach nur mein Flugzeug besteigen, um in so einer Halbmetapher zu bleiben und als, als Lehrender, und ich will einfach, und das Flugzeug ist sozusagen die Vorlesung, das Seminar, das einfach nur in Ruhe abheben kann, durch ruhige Gewässer fährt und alle pünktlich anbringt. Und ich will ja keine Checkliste, ist ja, also, aber, ich weiß nicht, aber muss, muss der Pilot, die Pilotin, äh, auch irgendwie eine Checkliste abarbeiten, wahrscheinlich, oder machen das nur die Technik? Glaube schon, glaube, wahrscheinlich schon, ne? Glaube schon, also, wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so aus, weder in der Bahn noch in der Flugzeugwabbel, aber, ja, das ist halt die Frage, ob man sich als Lehrperson jetzt wie als Pilot, Pilotin fühlt, die auch dann in der Lage sein sollte, irgendwie zumindest so eine 10-Punkte-Checkliste irgendwie durchzugehen, ja, das hab ich, ähm. Das, das stimmt wohl. So, Johnny, selbst, servus, sehr gut, schön, dass du da bist, die G360, also, der Johnny will jetzt, dass wir direkt in den, in den, in die versprochenen Inhalte einsteigen, können wir gerne machen. Haben wir tatsächlich, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt heute mal so, mal wieder einen bunten, bunten Blumenstrauß, äh, rausgeholt. Ich würde tatsächlich sagen, wir fangen einfach mal, äh, direkt mit der Insta360 an. Oh mein, ich glaube, ich spiele wieder die Negativ-Part, weil ich hab sie ja nicht, du hast sie ja gekauft, du musst ja sozusagen den Confirmation-Bias, den After-Purchase-Bias sozusagen hochhalten. Der Name ist irgendwie, hm, aber 360 Grad kann sie ja, ob sie wirklich 360 Grad kann, können wir ja gleich mal erklären. Ja, so heißt halt die Firma einfach, die, die Firma heißt Insta360. Nicht das Produkt? Und das Produkt heißt Link, das Produkt heißt Link und die Firma heißt, glaube ich, Insta360. Ich hab mich jetzt gar nicht so kundgetan im restlichen Portfolio, dass diese Firma so anbietet, aber ich glaube, sie sind recht bekannt für eine Kamera, die tatsächlich so 360-Grad-Aufnahmen macht und die man halt wie an so einem Selfie-Stick rumtragen kann und die so mit irgendwie X-Kameras halt dann, dann wirklich 360 Grad ringsherum filmt und dann halt diesen Selfie-Stick, an dem man halt die Kamera, was weiß ich, über sich oder vor sich herumträgt, halt rausrechnet. Ja. Und dann sieht das halt so aus, wie wenn man im Prinzip von einer Drohne gefilmt wird, die so in, was weiß ich, so lang wie halt dieser Stock ist, in so zwei Meter Abstand vor einem rumfliegt, weil man halt diesen Stock nicht sieht, an dem eigentlich die Kamera dranhängt. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Kernprodukt dieser Firma Insta360. Keine Ahnung, wenn das jetzt jemand besser weiß, soll er uns das irgendwie zuschicken. Genau, ich habe sie auch tatsächlich im Drohnen-Kontext schon mal gehört. Also auch so, wenn man sich Berichte und etc. anguckt, dann ist das oft so in... Genau, also die produzieren halt Kameras und Zubehör, die halt in der Content-Creator-Community, wenn man das so nennen möchte, wahrscheinlich nicht unbeliebt sind. Und was ich jetzt immer ja irgendwie ganz gut, also die bauen halt Consumer-Geräte. Das ist jetzt für mich vielleicht nicht unwichtig, weil ich will halt nicht 3.000 Euro für eine Kamera bezahlen oder 4.000 oder vielleicht 300 oder 400. Das bin ich irgendwie noch so bereit, da jetzt privat auf den Tisch zu legen. Und ich meine, die bauen halt gleichzeitig so wie vielleicht Holliland oder Rode als Firma eben auch professionelle Kameras, professionelle Mikrofone. Und dann hat man zumindest immer so das Gefühl, naja, die werden schon ungefähr wissen, was sie da tun. Das ist jetzt halt nicht nur Consumer-Krämte, wie man so sagt, sondern die bauen halt auch professionelle Geräte und die bauen dann vielleicht so ein bisschen abgespeckte Variante eben auch für einen, naja, interessierten Laien, würde ich mich mal da jetzt in der Thematik bezeichnen. Ja, vor allem wenn du, um jetzt nicht komplett Hardware-seitig abzunörden, aber wenn du von mir aus nicht den absoluten Spitzenprozessor bekommst, aber Funktionen ähnlich sind. Also ich würde das jetzt irgendwie wie die großen Chip-Prozessoren vergleichen. Die wollen ja auch vor allem Business-to-Business-Geschäft. Es ist irgendwie schön, dass da ein paar Leute an ihren PCs schrauben, aber das ist so ein Beifall sozusagen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, um jetzt irgendwie in der Autobubble zu bleiben, ich will natürlich auch nicht mit einem Formel-1-Wagen rumfahren, aber ist halt schon irgendwie nett, wenn man jetzt ein Auto kauft, wo man wüsste, okay, der Hersteller hat auch Erfahrung in der Formel-1, keine Ahnung. Oder im Fahrrad, um im Fahrradgeschäft zu bleiben. Also klar verkauft sich ein Fahrrad vielleicht auch besser, selbst wenn es dann nur ein Fahrrad ist, mit dem man von zu Hause zur Uni fährt, wenn man weiß, oh, die Fahrradfirma baut auch Rennräder, mit denen schon mal jemand die Tour de France gewonnen hat. Und ob das dann an dem Fahrrad gelegen hat oder an medizinischer Unterstützung, das ist dann die andere Frage. Hast du denn Twitter-Links, die wir rausgeben wollen? Ja, aber ich habe jetzt den natürlich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du den jetzt auf die Schnelle findest oder ob ich den jetzt mal schnell auf die Schnelle finden muss. Ja, wie du magst, wir können uns auch das Produkt auf der Produkt-Webseite anbauen. Naja, wir können uns mal kurz, geh mal auf die Webseite und ich suche mal kurz einmal den Link raus und packe den in unser Etherpad. Webseite, dann. So, und jetzt ist, also, da muss ich auch gleich dazu sagen, wenn ich hier tippe, das ist natürlich schon so eine super krass durchproduzierte, in der Zeit, wo man mit so Intro, da kann man, man denkt, die ist so ganz, obwohl, bei dir hat sie jetzt schon komplett geladen, weil ich hatte bei mir am Anfang, okay, da ist so ein Bild und dann scrollt man runter und dann kommt noch was und dann kommt noch was und dann kommt noch was und dann kommt immer mehr. Das ist halt ein, oh wow, okay, 4K in your face. Die, die, die Bandbreite von 4K müssen wir jetzt, okay, ja. So, ich habe jetzt, warte, ich packe das mal an die Richtung. Genau, ich habe das, unser, unser Pad offen, also da kannst du das. Ja, genau, also ich habe jetzt einen Twitter-Link, auch nochmal die Hersteller-Webseite, diese Marker und ich packe mal noch, ähm, diese zwei, zwei, zwei YouTube-Video-Links mit rein. Ich gucke mir schon mal das Intro an, also ich gucke mir mit den Leuten. Guck mir mal das Intro an, ich, so, ich bin jetzt auch gleich, gleich mit dazu. Also, ich, mir hatte halt ein Kollege auch schon eine Nachricht per Telegram oder so geschickt und gesagt, Matthias, warum hast du dir noch eine Kamera drauf? Du hast doch schon eine Kamera. Why not? Genau, so, da habe ich halt schon mal, weil ich kann und weil ich Spaß dran habe. Ja. Und ich meine, die ähnliche Frage haben wir halt schon mal diskutiert mit, Matthias, du hast doch schon ein Mikrofon, warum hast du dir noch ein Mikrofon gekauft? Weil zwei Mikrofone besser sind. Weil zwei Mikrofone besser sind als ein Mikrofon und weil, ich meine, weil man das, den Vorteil des einen Mikrofons oder den Vorteil des anderen Mikrofons ja dann manchmal, genauso wie bei der Kamera, eben erst im direkten Vergleich mitbekommt. Ja, ich würde sagen, wir gucken, wir gucken uns das mal an. Wir können uns das mal kurz angucken. Geht eine Stunde, geht eine Stunde, oh Gott, geht eine Minute 45. Ich versuche nicht zu oft zu unterbrechen. Du hörst leider den Sound nicht. Ich versuche auch nicht zu unterbrechen. Okay, das ist so ein bisschen der One-Pager in Zusammenfassung. Kann immer gut aussehen. Okay, Hidernic Range. Why not? Uh, das ist natürlich mega spannend. Da musste ich jetzt mal unterbrechen. Wir waren gerade bei der Top-Down-Ansicht. Und wenn das natürlich funktioniert, das würde ich dich gleich fragen. Ich spüre nochmal weiter. Aber das ist im Moment, das fischt natürlich auch sehr in den High-End-Apfelgeräten. Ah, also vielleicht ist mein Skeptizismus zu... Ja, tanzende Lehrvideos, okay. Okay, jetzt kommt mir ein Business-Ansatz. Oha, das hätte schon nicht funktioniert. Okay. Okay. Now, does anyone have any more questions? If not, let's move on to the next topic of discussion. Okay, ganz kurz, die Software. Also, ich will gleich zwei Sachen diskutieren. Zum einen dieses Gesten-Ding. Also, die zwei Gesten und den Winkel. Und ob diese Software benutzbar ist. Okay, das ist ja nicht, was das für ein Spiel sein soll, aber... Okay. Ja, why not? Okay, das ist nochmal so eine Zusammenfassung. Neue Ära. Okay, okay, pass. Wir sind durchs Video. Funktioniert dieser... Also, dass man die Kamera drehen kann, dass sie sich wieder verschließt. Das ist irgendwie ganz gut. Okay. Kann denn dieser Top... Funktioniert dieser Top-Down-Modi? Das würde mich direkt mal interessieren. Ja, also, der funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Das habe ich halt auch ausprobiert. Ich habe ja am letzten Freitag so ein kurzes Video, also, was heißt so kurz, so ein 10-Minuten-12-Minuten-Video aufgenommen, wo ich auch mal so grundlegende Funktionen der Kamera zeige und teste im Prinzip so ähnlich, wie ich das für die OBS-Bot-Kamera gemacht habe. Du erinnerst dich, da haben wir halt so vor einem Jahr. Das muss so präzise, ziemlich präzise vor einem Jahr gewesen sein, als der Andreas Hexauer auch das Video hatte. Mit der OBS-Bot-Kamera habe ich auch eins aufgenommen. Und im Prinzip in dem gleichen Setting, gleicher Seminarraum. Den wir uns auch angeschaut haben, als ich in Magdeburg war, oder? Genau, so, genau. Und eben andere Kamera und ein anderes Mikrofon. Und ansonsten so ähnliche Dinge. Und dieser Top-Down-Modus oder dieser Overhead-Modus, der funktioniert tatsächlich ziemlich gut und ziemlich zuverlässig, weil ich meine, die Kamera hat halt so einen Gimbal. Und das ist im Gegensatz zu der OBS-Bot-Kamera, die hat halt einen Zwei-Achsen-Gimmel. Die kann halt drehen und neigen. Und die kann sich halt noch drehen. Die kann halt so flippen. Und... Ja, gleich Pan-Till-Zoom. Also Zoom hat sie wahrscheinlich digital. Ja, ja, Zoom. Nee, aber sie kann sich, sie kann noch die Kamera, sie kann sozusagen den Kopf so neigen, wenn du so willst. Ja, stimmt, das wurde ja gerade im Video gezeigt. Ich meine, ob man das jetzt so braucht. So, aber wenn du sie jetzt halt einfach, wenn du so ein Stativ nimmst, was du halt neigen kannst mit einem Kugelkopf, dann sagt der Gimbal erstmal, ich bleib sozusagen gerade. Ich guck halt weiter nach vorn. Und wenn man dann in diesen Overhead-Modus geht, dann fokussiert sie halt nach unten. Das ist zumindest der Overhead-Modus. Und dann gibt's noch diesen, was sie halt in dem Video gezeigt, das ist so ein bisschen, dass sie so schräg nach vorn filmt und das halt wieder gerade zieht. Da würde ich mal vermuten, das wird halt, also das habe ich jetzt nicht konkret ausprobiert, weil ich das nicht in so einem Monitor-Setting gefilmt habe. Das wird aber auch gut funktionieren, weil das ja am Ende auch nichts anderes macht, als diesen Overhead-Modus, den ich jetzt probiert habe, wo sie wirklich im Prinzip denkrecht nach unten filmt. Ich versuche gerade mal vorzuspulen, dass das ganze Seite ist einiges. Genau, das ist das, dieser Overhead-Modus, den ich ausprobiert habe, aber wenn du sie im Prinzip wirklich nach, um 45 Grad, 90 Grad nach unten drehst, auf einem Stativ. Und das, was jetzt vorher... Und dass das funktioniert, ist natürlich logisch. Okay, klar. Naja, so richtig. Ich habe die Kamera nur um 45 Grad gedreht. Und dann will sie eben erst mal geradeaus gucken, weil der Gimbal sagt, ich würde irgendwie in der Horizontalen bleiben. Und dann sagst du über die Software, nee, nee, guck mal halt nach unten. Ja. So, dann jetzt, ich meine, das habe ich mir gerade schon notiert, dieser 16 zu 9 Modus mit, du streamst halt in einem Hochkant-Format. Das ist, glaube ich, was, was auch oft angefragt wurde. Zumindest, ich habe mir ein paar Kommentare unter so einem YouTube-Video durchgelesen, dass halt Leute sagen, naja, ich will gar nicht hier so Handy-Content machen. Ja. Sondern ich will schon irgendwie auf Twitch in einem eigentlich 16 zu 9 Format streamen, aber ich habe da noch mein Chat und ich habe da noch das und ich habe dieses und jenes. Und deswegen will ich halt ein Kamerabild haben, was eher so hochkant ist und eben nicht quer, weil ich das besser mit den anderen Sachen gemischt kriege. Ich meine, was ich halt spannend finde, weil sie da so explizit diese Handy-Welt adressieren, ja, und das sah ja aus wie jetzt irgendwie so ein Instagram-Live oder Instagram-TV-Content. Also du kriegst diese Kamera nicht an ein Android-Device dran. Und von daher frage ich mich, wie willst du jetzt irgendwie da mit Instagram-Inhalte meinetwegen produzieren, wenn du, aber da bin ich nicht der Instagram-Able-Typ. Keine Ahnung, ob man das dann vom PC auch irgendwie machen kann. Das ist mir jetzt nur so aufgefallen. Das habe ich aber auch nicht ausprobiert, weil das jetzt für mich nicht, ich meine, klar, wird Anwendungsfälle geben, wo man sich als Lehrperson vielleicht eben auch eher ganz Körper filmen möchte. Die Frage ist ja auch, die meisten Handy-Kameras können einfach so hochkant filmen, weil der Portrait-Modus ja einfach so funktioniert. Genau. Da muss ich nichts drehen. Also der Portrait ist ja sozusagen schon gedreht. Und das ist ja so der First Usage für Instagram, würde ich jetzt mal behaupten. Aber gut, vor allem, wenn man sie nicht, ich glaube, die Idee ist, dass du sie vielleicht aufnimmst und weil sie dir folgen kann, das ist ja so ein bisschen in diesem Tanzvideo gezeigt, dann lädst du es quasi hoch. Das weiß ich auch nicht. Und ich meine, warum sie jetzt so darauf rumreiten, zumindest ist das so, wie ich das aus der Diskussion unter gewissen YouTube-Videos heraus entnommen habe, dass das ursprünglich nicht ging. Also du hast halt die Kamera gedreht, um 90 Grad, weil du hochkant aufnehmen wolltest und dann hat der Gimmel gesagt, ich drehe mich schon wieder gerade, weil ich will halt immer 16 zu 9 quer aufnehmen. Du hast halt ums Verrecken diese Kamera, selbst wenn du die auf dem Stativ zur Seite gekippt hast, hat die sich halt wieder gerade ausgerichtet. Und jetzt haben sie halt gesagt, oh ja, das ist offensichtlich ein Feature, das wir nochmal irgendwie machen müssen, haben halt irgendwie diesen Lagesensor ein bisschen umprogrammiert, dass wenn du sie wirklich kippst, dass sie halt kippt oder dass du auch sagst, ja, warum soll ich das Ding kippen? Die kann sich ja alleine kippen. Ich kann in der Software auf den sozusagen Hochkant-Modus gehen und dann dreht sich die Kamera einfach von selbst auf Hochkant. Wie funktioniert denn der KI, der KI-Tracking? Also einfach das Tracking. Also ich meine, das Tracking aus meiner Sicht funktioniert relativ gut und solide. Perfektes Studiolicht. Bitte? Perfektes Studiolicht. Also der Raum ist komplett gleichmäßig hervorgeleuchtet, er ist komplett sauber, niemand läuft sonst herum. Ja. Ja klar, das sind natürlich immer perfekt produzierte Videos. Funktioniert das, was er gleich zeigt? Genau, also diesen Whiteboard-Modus aktivieren. Jetzt so, wie er das macht, würde es funktionieren. Aber so, wie der andere das in dem Video gezeigt hat, hätte das meines Erachtens nicht funktioniert, weil der vor einem Marker gestanden hat. Also die Kamera muss halt alle vier Marker natürlich sehen und die Handgeste gleichzeitig. Das ist jetzt hier gegeben. In dem anderen Video wäre das nicht gegeben gewesen. in dem Intro-Video, was du halt, was wir uns am Anfang angeschaut haben. Weil da steht ja, da überdeckt er nämlich mit seinem Körper den einen Marker. Das muss da, genau, das musst du kurz. Guck mal, da siehst du, er zeigt die Geste und überdeckt den einen. Und das hätte, also das haben sie halt gefakt. Okay, aber ich meine, ist ja wie gesagt, so ein bisschen Reality-Check, dass natürlich auf der Webseite das, ja, die Creme de la Creme steht, ist irgendwie klar. Genau, okay, aber das, wenn die Gesten schon mal grundsätzlich, boah, diese Seite ist ja... Und ich meine, die kennt halt, sie kennt eben drei Gesten, sie kennt die flache Hand, um diesen Tracking-Modus zu aktivieren und zu deaktivieren. Ja. Das funktioniert relativ zuverlässig. Ich sag mal so, bei der, also in dem Video zeigt die das mit so, mit so, mit ausgestreckten Fingern. Meiner Erfahrung nach funktioniert es mit der, mit der, mit der zusammengefalteten Hand etwas besser. Es funktioniert insbesondere dann natürlich zuverlässiger, wenn man die Hand vor einem neutralen Hintergrund zeigt. Es sagt auch, man soll mit der Hand nicht das Gesicht verdecken, sondern die Hand irgendwo zur Seite halten. Und ich, ich merke halt, okay, wenn, wenn die, wenn die Kamera die Geste nicht erkennt, die hat ja so einen Ring, der dann blinkt, der ist im Normalfall grün und dann blinkt der halt blau, wenn sie irgendwie die Gesten erkennt. Wenn man die Hand hochhält und da blinkt nichts, dann weißt du schon, ja gut, da ist halt irgendwas ganz Konfuses hinter deiner Hand, wird nicht funktionieren. Also muss man ein bisschen gucken im Kamerabild, wo kann ich denn die Hand hinhalten, wo sozusagen ein neutraler Hintergrund ist. Und dann, was so bei der OBS-Bot-Kamera ich herausgefunden habe, hilft, dass man mit dem Daumen ein bisschen wackelt. Bei der Kamera, weiß ich nicht, war jetzt eher so, wenn man irgendwie so macht, also ein bisschen mit der Hand probieren. So. Dann ist ja die nächste Geste bei der OBS-Bot-Kamera, wenn man dieses L in die Luft hält, zoomt sie rein und oder wieder raus, so doppelten Zoom. Jetzt ist halt die, die Kamera hat halt den Vorteil, weil sie halt einen 4K-Sensor haben, können sie halt mehr zoomen. Ja, aber nochmal, also 4K, ja, aber das muss ja, das muss ja irgendwie hoch, also, ach klar, 4K klingt erstmal gut, aber der Sensor, also erstmal ist die Frage, brauche ich das für ein Zoom-Setting, wo ich eh keine 4K durch den Ether schieben kann? Nee. Also ich könnte, aber den, das ruft ja keiner ab. Ja, aber ich meine, mein Empfinden ist immer, wenn ich halt einen 4K-Sensor habe, den ich dann am Ende nur irgendwie 180p entlocker, macht ja trotzdem bessere Bilder, als wenn es erstmal nur ein 180p-Sensor ist. Und ich meine, also, weshalb ich sie mir gekauft habe, ist, dass sie halt damit werben, eine größere Sensorfläche zu haben. Und ich meine, da sagt jetzt mein Elektrotechniker-Herz und mein elektrotechnischer Sachverstand, größerer Sensor, größeres Bild. Ich meine, das wird auch jeder Kamera-Dings irgendwie so bestätigen, dass das prinzipiell erstmal nicht so falsch sein kann. Ja, von dann kriegt man Licht drauf, man könnte Dinge besser raus, wenn man was möchte. Man hat ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis, man wird prinzipiell bessere Bilder noch produzieren, wenn die Lichtverhältnisse nicht so ganz so wahnsinnig gut sind. das war so. Und ich meine, dann hat sie halt, also wie gesagt, diese L-Geste, und die funktioniert jetzt halt anders. Ich habe am Anfang gedacht, warum zoopt die Kamera nicht? Und man muss halt das L in die Luft halten, bis sie die Geste erkennt und dann die Hand hoch oder runter bewegen und dann zoomt sie halt rein und raus. Aber nur auf die, also die Sticker waren dabei, nehme ich mal stark an? Nee, 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 bei den Stickern sind wir noch gar nicht. Wir sind noch beim Zoomen. Ach, okay, okay. Also damit kann ich so graduell rein und raus zoomen und das ist halt ziemlich gut, weil bei der OBS habe ich halt nur zwei Zoom-Stufen, rein und raus. Und hier kann ich sozusagen so ein bisschen rein zoomen, ein bisschen raus zoomen und man kann wirklich krass weit rein zoomen. Also das zeige ich auch in dem Video, dass das schon, ja, schon ganz cool ist. Jetzt kann man wieder sagen, okay, braucht man das? Wofür braucht man das? Naja, wenn ich jetzt halt, wie ich in dem Video sage, zum Verrecken irgendwie Sachen aus der analogen Welt in die Digitale rüber retten will, ich schreibe auf eine normale Tafel jetzt, um in einem leeren Veranstaltungs-Setting zu bleiben, ja, dann, und man soll irgendwas Kleines sehen, dann muss ich da halt weit rein zoomen. Das geht halt dann mit der irgendwie ganz gut. Da kommt man mit der OBS, sage ich mal, funktioniert das auch, kommt man wahrscheinlich schneller an die Grenzen. So, und dann gibt es eine dritte Geste und die dritte Geste ist hier das Victory V. Warum sie jetzt, ich meine, wahrscheinlich sind das halt Gesten, habe ich ja schon mal, glaube ich, bei der OBS gesagt, die man halt gut mit so einer KI erkennen kann, ja, die halt, wo schon tausend Leute irgendwie eine KI drauf angelernt haben, irgendwie diese flache Hand L und ein V in der Luft zu erkennen. Und mit dem V aktiviert man halt diesen Whiteboard-Modus. Und dann liegen da diese vier Marker dabei, die kann man dann auf so ein Whiteboard kleben, ja, und so wie ihr das jetzt macht, also wenn die vier Marker zu sehen sind und die Kamera das V erkennt, dann zoomt sie im Prinzip genau auf diesen Ausschnitt dieses Whiteboards drauf und stellt das dann mehr oder weniger verzerrungsfrei dar. Genau, was wäre jetzt die Frage, weil wir stehen ja so leicht rechts gerade, das ist ja auch irgendwie durchaus realistisch vom Seminar-Setting. Genau. Und dann sind wir aber doch relativ plan. Genau, und dann zieht sie das halt gerade, ja, so. Schreibt ihr eine Frage? Und dann ist natürlich, dass sie, naja, dass jetzt der Mensch, der da in dem Video schreibt, der wird halt ein Brand, neuen Stift benutzen, der gerade nochmal frisch mit Farbe gefüllt wurde und die werden halt vorher mit Alkohol- und Terpentin-Ersatz und Nagellack-Entferner und weiß nicht was Penibels dieses Whiteboard geputzt haben, um jetzt da den maximal möglichen Schwarz-Weiß-Kontrast rauszuholen. Genauso sauber sind alle Whiteboards an der Uni. Also, muss man halt einfach, deswegen habe ich auch so ein bisschen Reality-Check, als wir Themen gesammelt haben, weil, klingt schon cool und es klingt auch ausgereifter. da scheint ja irgendwie eine gewisse Produktserie oder Entwicklung stattgefunden zu haben, auch weil wir es ja immer wieder mit dem OBS-Bot vergleichen. Ja. Auch, dass sie sich drehen kann, ist irgendwie, finde ich auch irgendwie ganz, ganz nett. Die Frage ist, brauche ich diesen Motor oder reicht mir, also, weil, vielleicht bin ich ja auch so pessimistisch, aber jeder Motor, jeder Gimbal-Angle, alles kann kaputt gehen. Großere Sensor ist ja erstmal gut verpackt, aber der Motor, wenn der kaputt geht, hast du einen, hast du eine Kamera, die sich eben nicht mehr drehen kann und dann ist auch die Frage, was kostet der Spaß denn, um sozusagen den Einwand, den Aufwand zu rechtfertigen? Ja, also, was sie jetzt kostet, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, ich würde mal sagen, 350 Euro oder sowas, ich glaube so, der Straßenlistenpreis in 400 Dollar oder 380 oder irgendwie sowas. Ist natürlich erstmal steil für eine Webcam. Das ist erstmal ein ganz steiler Preis, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, eine andere 4K-Webcam, von Logitech oder von anderen Müttern, die auch schöne Töchter haben und anderen Firmen, die es da noch so gibt. Ich meine, Straßenpreismäßig, wenn ich da eine, irgendwie eine einigermaßen vernünftige kaufe, 200 Euro ist halt auch klar, die 200, die extra 200 Euro bezahlt man halt für den Gimbal und für die Motorik da drin. Ich würde jetzt vermuten, so wie sie das gebaut haben, dass da tatsächlich an diesen Motoren gar nicht so wahnsinnig viel kaputt gehen kann, so ähnlich wie bei der OBS-Sport-Kamera, weil das jetzt nicht so ganz klassische Motoren sind mit, da ist ein Motor, der dreht halt ganz schnell und hat halt ein Getriebe, der das dann irgendwie untersetzt auf diese langsame Drehgeschwindigkeit, die man halt braucht, sondern da müssten wir jetzt meinen lieben Kollegen Thomas Schalschmidt fragen, wie sie das halt eigentlich bauen, aber du merkst ja, dass halt, wenn man die Kamera so, wenn sie halt aus ist und sie bewegt von Hand, dass das halt alles total einfach geht. Also es sind halt Lager drin, die irgendwie das super gut lagern und dann macht die mit ein paar Magneten wahrscheinlich und ein paar Spulen und so wird sie sich halt positionieren, aber ohne das da groß, was sich mechanisch bewegt, außer das, was sich halt bewegen muss. Also da sind definitiv keine kleinen Zahnräder drin und keine kleinen Getriebe, die irgendwie kaputt gehen können. Deswegen, ich müsste man jetzt mal so Kameraleute fragen, die halt Erfahrung haben mit Gimbals, und die werden einem aber auch, also ich täte sagen, ich habe jetzt nicht schon von Leuten ganz viel gehört, dass alle drei Monate irgendwie der Gimbal kaputt ist. Okay, okay. Wenn dann eben nicht wegen eines mechanischen Problems, sondern eben wegen, weiß ich, Steuerung oder Elektronik oder sowas. Ich meine, so ein Gimbal kostet einfach auch richtig Geld. Also die fangen ja, also zumindest die, die sich wirklich elektronisch ausbalancieren, es gibt ja auch rein an der Null. Ja, genau. Und ich meine, ich glaube, der balanciert jetzt, also wenn jetzt die Kamera wie wild hier auf einem Stativ durch die Gegend schwenken würde, es würde die sich jetzt nicht, glaube ich, die ganze Zeit super perfekt wie so ein Eulenkopf ausbalancieren. Aber so grob macht sie das halt schon. Das ist, glaube ich, auch ja nicht der Anwendungsfall. Ich habe mal grob die Preise. Sondern der Gimbal ist halt dafür da, um dieses Tracking zu machen. Ja, genau. Also sowas in der Handwerde hätte ich halt auch bezahlt haben. Einfach mal ein paar irgendwie Kontexte, also irgendwie, das scheint irgendwie schon günstig zu sein. Einfach mal, weil es irgendwie durchaus interessant zu sagen, es gibt irgendwie eine Webcam, die kann auch 30 Euro kosten. Oh, eine Rallybar. Interessant. Wenn wir jemanden kennen würden, der eine Rallybar hätte. Also es gibt irgendwie, es gibt einfach auch so viel Auswahl mittlerweile. Und selbst wenn man schon ein bisschen was ausprobiert hat oder auch ein paar Sachen schon mal gesehen hat und dann ist es aber irgendwie trotzdem schwierig zu sagen, wofür gebe ich jetzt diese 400 Euro aus? Das scheint ja durchaus einen Anwendungsfall zu haben. Was man ja auch immer sagen muss, dass das nicht ein Lehrender, eine Lehrende selber ausgeben soll. Das soll gefälligst die Uni bezahlen. Okay, ich habe noch ein paar mir einen Testbericht auch nochmal aufgemacht. Okay, gibt es noch eine Funktion, die du hervorhebenswert findest? Ja, Privatsfanschaft. Sie schalten sich halt relativ schnell aus. Ich meine das mit den intelligente Rauschunterdrückungen. Ich glaube, das ist halt ein Statter. Also ich meine, das ist so wie, das fand ich ja zum Beispiel bei dieser Logitech Scribe, um vielleicht die nochmal mit in den Kontext zu bringen, diese Scribe-Kamera, die ich auch mal getestet habe, die war ja nur dafür da, Whiteboards abzufilmen. Das analoge Whiteboards, das hat sie relativ gut gemacht. Dafür hat die aber 1200 Euro gekostet und konnte sonst im Prinzip nix. What? Boah, da kriegst du ja fast schon... Aber ich meine, die hat das halt von oben gemacht, ja, sodass du halt da eben nicht immer im Bild standest. Wenn du jetzt hier diese Kamera davor das Whiteboard stellst, dann hast du wieder genau das klassische Problem. Also entweder du bist halt, ja, in diesem Whiteboard-Modus, entweder du bist halt im Bild zu sehen, dann stehst du aber auch wieder davor, was du da, wo du da ranschreibst. Oder du gehst halt, oder so wie man an die Tafel schreibt, du schreibst so neben dir, damit die Leute sehen, was du schreibst. Dann bist du aber halt nicht im Bild zu sehen, im Zweifel. Und im Zweifel verdeckst du mal irgendwas oder bist halt nicht zu sehen. Ich meine, bei dieser Scribe-Kamera warst du halt im Prinzip überhaupt gar nicht zu sehen, außer vielleicht dein Arm und dann hat die Kamera den halt so raus. Das hat aber 1200 Euro kostet, das Ding. Ich meine, dafür ist, demgegenüber, ist das Ding ja fast ein Schnapper, wenn man so möchte. Ja, du könntest dir drei Instas dafür kaufen, das stimmt wohl. Ich muss aber auch sagen, vor einem Whiteboard zu stehen, ist halt irgendwie auch, also für wen würde ich das dann rausprojizieren? Entweder Hybrid für digitale Teilnehmenden oder um es aufzuzeichnen, dann wäre aber doch, also dann wäre das ja irgendwie auch wieder sekundär. Dann kann ich auch einfach mein Wacom für irgendwas zwischen 80 und 200 Euro, ich glaube, das haben wir auch schon irgendwie ganz oft gesagt, also es ist irgendwie so ein bisschen die Frage, was will ich denn? Und ganz oft höre ich raus, was ist denn irgendwie technisch möglich? Aber eigentlich sollte die Frage ja sein, was will ich denn inhaltlich transportieren? Um was geht es mir denn in meiner, wie auch immer das Event oder die Seminare gestaltet sein sollte? Und welche technische Lösungen werfen wir da drauf? Und im besten Fall kann man sich das aussuchen und das erklärt so, ist auch für mich die Frage, warum hat man das denn so, warum hat man so viele Werkzeuge, so viele Videos, Kameras und so viele Mikrofone, damit ich wie das passende Kochutensil oder damit ich jedes Problem ein Nagel ist sozusagen und deswegen habe ich mehr als einen Hammer. Genau, genau, genau. Also Tracking funktioniert für mich gut, Zoom finde ich auch toll mit diesen Gesten, das funktioniert auch zuverlässig. Ich meine, diesen Whiteboard-Modus werde ich jetzt perspektivisch nicht allzu häufig nutzen, weil dann nehme ich eben lieber ein digitales Whiteboard, das mache ich auch in dem Video da relativ deutlich. Diesen Overhead-Modus finde ich halt ganz nett, wobei das dann so die Sache ist, in einer, jetzt, ich meine, ich habe am Dienstag ja ein Hybrid-Plenum gemacht zum Grundlagen der Elektrotechnik und am Montag in der Früh, da kommen wir ja vielleicht gleich hin, da habe ich jeweils auch ein Experiment gezeigt, wofür sich jetzt dieser Overhead-Modus, der Dokumenten-Kamera-Modus, sage ich mal, vielleicht auch ganz gut geeignet hätte. Da habe ich aber dann jeweils einfach wieder eine eigene Kamera für hingestellt, weil ich nicht irgendwie dieses Stativ mit Schwenken und Kugelkopf und Verlängerung und weil du denn, wenn du jetzt eben diese eine Kamera auch dann nimmst, als Dokumentenkamera, dann hast du ja keine Kamera mehr für dich als Lehrperson in dem Moment. Und dann verlierst du auch Flexibilität in dem Sinne. Also ich finde sie als, einfach so als KI-Tracking-Kamera finde ich sie sehr gut. Und genau, das ist jetzt das Video, da hat mir halt Zoom einen Streich gespielt und hat das in absurd schlechter Auflösung. Also das, ja, das kannst du auch besser stellen, das sieht halt trotzdem nicht besser aus, weil Zoom das halt so ja doch, 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 doch. Suboptimal. Ja, ganz am Ende des Videos wird's besser. Ist das jetzt der Anfang? Ja, das ist der. Ich hab das hochgestellt, das sieht voll okay aus. Ja, dann weiß ich nicht, dann muss ich nochmal gucken. Nee, 1080p und ich mein... 1080p. Zumal wir das jetzt nochmal re-re-re-re-rendert in 720p. Naja, das sieht voll vernünftig aus auf dem... In Twitch selber. Nö, das war ja. Ach so, nee, warte mal. Ja, das ist jetzt... Du bist jetzt bei Twitch. Ich hab gedacht, du bist jetzt bei meinem Video, was ich... Nee, 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 nee. Bei meinem Demo-Video. Nee, nee, also der Twitch-Stream, der sieht super aus. Genau, der ist... Genau. Crystal. Der sieht ganz fantastisch. Und der ist auch mit dieser Kamera aufgezeichnet. Genau, deswegen bin ich hier direkt rein, ja. Genau, und das siehst du, da schreibe ich ja auch nicht auf das analoge Whiteboard, sondern ich schreibe natürlich mit meinem Vakuum-Tablet auf das digitale Whiteboard, weil man dann natürlich auch einfach über sein Zoom da drüber schreiben kann. Genau. Hast du irgendwo mal einen Moment die Geste benutzt? Das wäre natürlich jetzt spannend. Nee, da müsstest du mal in das Demo-Video reinschauen, in dem, was da ein büro-leeres Setup mit Tracking-Kamera und dann... Ja, ach so, doch. Jetzt, wo du da, an der Stelle warst, da lese ich nämlich nach, wie das halt funktioniert. Ja, okay. Genau, und da ist halt die Geste. Und dann zoomt sie nämlich nicht und dann lese ich halt in der Anleitung nach, was man machen muss, damit sie zoomt. Und da ist auch mal der direkte Vergleich mit ich schreibe halt an das Whiteboard, ja. Und dann, ja. Ja, das sind also diese Mikro... Also, ja. Wobei, das macht sie jetzt eigentlich ganz gut. Ja, okay, so, und ich meine, das eingebaute Mikrofon eines Erachtens... Ich meine, das wird halt immer alle Probleme haben, die halt eingebaute Mikrofone haben von Webcams. Man ist halt viel zu weit weg von dem Ding, das nimmt einen Haufen Raumhall auf. Da kann man irgendwie die beste Geräuschunterdrückung haben. So richtig toll wird das halt nie klingen. Also, ich meine, ein Mikrofon brauche ich immer dicht am Mund, brauche ein Ansteckmikrofon. Das fand ich ja zum Beispiel eben bei dieser Logitech-Scribe-Kamera für 1200 Euro irgendwie charmant, dass halt da der Logitech gesagt hat, nee, da bauen wir kein Mikrofon rein, weil das ist eh Schrott. Ja? Ja, wir zwingen dich, liebe Lehrpersonen dazu, dir selber Gedanken zu machen, wie du da halt ein vernünftiges Mikrofon hinstellst, aber wir bauen da keins ein, weil das wird am Ende immer blöd klingen. Ja, so wie halt auch dieses Mikrofon, du erinnerst dich, was da der Lightboard-Hersteller an das Lightboard rangebaut hat, das war auch großer Quatsch, weil wenn man in der Mitte des Lightboard-Stands funktioniert es halt gut, wenn man am Rand des Lightboard-Stands funktioniert es halt so mittelmäßig und man braucht halt einfach einen Anstieg, Funk-Anstieg-Mikrofon, fertig ist sie. Ja. Zumal, wenn man sich für einen 2 Quadratmeter Board, egal ob das jetzt ein Whiteboard oder ein Lightboard, Smartboard, wie auch immer, kauft, dann will man sich ja gerade bewegen oder man braucht, oder man bekommt die Fläche digital zur Verfügung gestellt und verlässt aber sein physisches Schreibtablet nicht. Aber das sieht durchaus vernünftig aus. Also das ist auf jeden Fall mal so, was die Kamera halt kann, wenn sie könnte. Und die Lichtverhältnisse in dem Raum, muss man sagen, sind jetzt nicht gut. Also da kommt ein bisschen Deckenlicht, da kommt Licht von der Seite rein, die Kamera filmt so ein bisschen mit Seitenlicht, wie man sieht. Ja. Du, 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 also ich weiß nicht, du kannst mal gern auf dieses, ja da hättest du mal gerade hockt, du kannst mal gern auf dieses, ähm, auf das, auf das, was im Etherpad ist, auf das Video gehen. Ah ja, ja. Was, was bei YouTube ist. Stell ich kurz hier so um, dann kann ich auch in Ruhe um, rumklicken. Und da sieht man nämlich, das hat halt Zoom leider in schlechter Auflösung aufgezeichnet. Ja. Ich finde aber jetzt in, bist du, bist du in der aktuellen Folge? Äh, genau. Äh, da steht so Hybrid-Lehre-Setup mit PTZ-Kamera-Ingste, mhm, mhm, does it? Okay. Das ist jetzt next. Ähm. Du bist auf dem Yo-Pad. Ja. So, weiß ich, in Zeile Nummer sieben und acht steht das bei mir. Das ganze Ding ist leer, das ist komisch. Das ganze Ding ist leer. Ich bin ja auch alleine. Ich glaube, das, äh, aber ich will das jetzt nicht bei Skype schicken, weil sonst passieren mit doch komischen Dingen. Das ist ja komische Dinge. Ähm, soll ich es ja mal bei Telegram schicken? Bei, äh, bei Telegram? Bei Twitter? Bei Twitter. Bei Twitter. Ja. Ähm. Auch das gehört dazu, hier. Auch das gehört dazu. Das, aber ich meine, wir sind ja, ähm, das können wir. Confident genug, um, äh, zu sagen, okay, Plan A funktioniert nicht, nutz mal Plan B an der Stelle. Let's go. Ja. Ähm, so, wo ordne ich dich denn hier ein? Ja, das ist einfach das Schöne mit OBS hier in den, in den Szenen. Natürlich ist das für ein, für das Auditorium, das sind irgendwie so zwei Minuten, aber auch die, also, man muss nicht diesen absoluten Druckbetankung von A bis Z komplett durchführen. Also, A ist es ja einfach noch informeller als jedes Webinar. Und außerdem kann ich ja einfach meine Szenen umstellen und dann habe ich eine Überblende und weiter geht's. Okay. So, dafür haben wir ja auch mal das, das heißt, wir machen jetzt Reactionary Content auf den eigenen Content. Auf den eigenen Content, ja. War tatsächlich bei uns mal auch eine Idee im Team. Wir produzieren ja super viele Kurse und MOOCs und Einzel und also relativ viele Videos dann zu einem Thema. Dass man, also da ist einfach super viel Archiv auch vorhanden, dass man das einfach mal benutzt und ja, viele haben ja erst böse gesagt gelernt, was Reactionary Content ist, als Böhmermann das mal in seiner Folge sehr schlau wohlgemerkt eingesetzt hat. Aber an sich könnte man das auch durchaus mit eigenem Lehrmaterial, nur so als Idee und als, was könnte man denn, quasi Zweitverwertung, wenn man so möchte. Sehr gutes Thumbnail, es gibt schon mal extra Punkte. Ja, und da siehst du jetzt, also da kannst du jetzt mal an der Qualität noch ein bisschen rumdrehen. Also ich glaube, ja, weiß ich nicht, das sieht jetzt vielleicht nur bei mir so aus. Ja, das ist schon quasi höchstens. So, wir müssen aufpassen, weil dadurch, dass du nicht hörst, wann die Audiospur losgeht, hätten wir zwei Matthiasse im Stream. ich versuche mich mal zurückzuhalten. Okay, 12 Minuten, kurzes Video. Hallo, in diesem Video möchte ich mal wieder ein kleines technisches Setup für hybride Lernformate vorstellen. Dafür grausam. Also der Audio-Test, die Perspektive ist cool, aber ja, das Audio ist grausam. sitze ich vor einem großen Display. Ja, findest du das Audio so schlimm? Da oben drauf ist ein Lumitech. Ja, das wird die Kamera oben sein, oder? Nee, nee, das ist eigentlich das Holyland Lark M1, das Audio. Dann habe ich nichts gesagt. Es klingt schon, es klingt schon relativ dumpf. Der Raum ist halt blöd. Ja, ich meine, du kannst, ja, okay, ähm, Einleitung, Kapitel hast du ja auch. Ja, wir brauchen jetzt das Video nicht zeigen. Ich meine, ich wollte auf den Punkt heraus, dass das jetzt eben nicht, äh, die volle Quali ist, die diese Kamera eigentlich könnte, sondern wenn du ganz ans Ende, ich mache irgendwann am Ende eine Bildschirmfreigabe und mache die Bildsch- da ist die Bildschirmfreigabe, dann mache ich die Bildschirmfreigabe aus und komischerweise danach, nach dieser Bildschirmfreigabe, da hat Zoom dann auf einmal mit 180p, äh, aufgezeichnet. Das ist, das, ja. Also wenn du, wenn du auf das letzte Kapitel springst, ja, ins Outro, da sieht es auf einmal dann, auf einmal richtig aus. Ja. Wie klingt der Ton? Ralfunk einsteckend. Ein schönes, kleines. Also wenn wir da anfangen, klingt komisch oder ist irgendwie zermanscht, aber, okay. Also da sind, da ist Encoding-technisch, viel Spannendes passiert. In dem Video. Ja, und ich meine, ich habe das natürlich irgendwie vorher getestet und dann sah es irgendwie ganz gut aus und dann habe ich halt aufgezeichnet und dann hat das, hat Zoom, dann braucht er ja Zoom immer eine halbe Stunde, bis es irgendwie dieses Video da hin und her komprimiert hat und dann sah es auf einmal komisch aus. Also dann habe ich mir halt gedacht, das sieht aber komisch aus und dann habe ich halt das in VLC irgendwie aufgemacht, habe mir halt den Codec da angeguckt und dann stand halt da 180p, äh, 1080p, wird schon, wird schon passen, ja. Spannend. Sehr gut. Und dann habe ich halt nachgelesen, dass da Zoom tatsächlich irgendwie komische Sachen macht und wahrscheinlich habe ich halt getestet, ohne dass mein zweiter Rechner verbunden war, wo ich diese Bildschirmfreigabe zeigen wollte. Und wenn du dann halt den zweiten Rechner mit dazu nimmst und da aber zum Beispiel irgendwie kein Kamerabild einspeist, dann macht halt Zoom irgendwie 360p oder 480p oder irgendwas total absurd Niedriges, bis du halt einmal, also wahrscheinlich ist das wirklich so, ne, bis du einmal eine Full-HD-Bildschirmfreigabe machst, dann switcht der auch mal Full-HD und zeichnet danach Full-HD auf. Ich hätte wahrscheinlich die Bildschirmfreigabe gleich am Anfang machen sollen, wieder ausschalten sollen, dann sozusagen irgendwie inhaltlich anfangen. Was aber auch ein komischer Workaround ist, zu sagen, bitte, also so als Checkliste sozusagen, wie vom Anfang, dass man, bitte machen Sie eine Freigabe. Warum? Fragen Sie nicht, das haben wir schon immer so gemacht, ansonsten geht's außerdem nicht. Das wäre halt einfach okay. Weird. Aber du, ich kann mich erinnern, dass du in dem Video von dem OPS-Bond-Kamera, ja, genau, da habe ich, da ertrage ich ja dieses Samsung-Ansteck-Mikrofon, wir wollen ja bald auch nochmal eine Folge machen, den Showdown der Ansteck-Mikrofone und so und da sagst du halt auch, Gott, das klingt ja grausig und dann sagst du, und dann nehme ich halt, um so zu zeigen, ja, man könnte noch ein zweites Mikrofon haben und nehme halt dieses Hand-Mikrofon und dann sagst du, oh, jetzt klingt es auf einmal gut, so könnte es die ganze Zeit klingen und dann packe ich das wieder weg und dann habe ich wieder nur dieses Ansteck-Mikrofon und das ist, glaube ich, irgendwie so nach unten gerutscht und deshalb, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Audio ist, es tut, es tut, ja, man, es könnte, glaube ich, schlimmer sein. Ich habe leider nicht das eingebaute Mikrofon der Kamera getestet, das hätte man mal nochmal machen können. Vielleicht mache ich auch einfach nochmal ein zweites Video auf die Art, ich habe keinen Bock, das nochmal auf Deutsch zu machen, vielleicht zeichne ich das mal einfach auf Englisch auf, englische Videos gehen auf meinem Kanal sowieso besser. Vielleicht mache ich einfach nochmal so eine Demo in Englisch und achte dann darauf, dass Zoom auch wirklich in 180, 1080p aufzeichnet oder, keine Ahnung, vielleicht mache ich es mal in 4K, direkt in OBS oder sowas. Auch nicht schlecht, ja, das wäre, ich habe mir auch überlegt, ein witziges Video wäre, wenn man jetzt halt irgendwie auf so 4 Stative dicht nebeneinander, die OBS-Bot, diese Insta-Link, sagen wir mal, vielleicht eine Logitech-Brio und die gute, die gute alte Logitech-C920, weißt du, wenn man die so als so ein Kamera-Array so nebeneinander und dann praktisch irgendwie so den ähnlichen Blickwinkel mit denen filmt und dann einfach 4, Full-HD-Bilder auf dem 4K-Display nebeneinander packt als Kacheln und das halt in OBS irgendwie direkt aufzeichnet. Die Frage ist halt nur, ob dieser schmalbrüstige Rechner, den ich da habe, ob der das halt schafft, in OBS 4K aufzuzeichnen. Also das Display schafft. Also wenn wir das tatsächlich zu dem nächsten Stream schaffen, dann könnten wir noch mehr Kameras nebeneinander legen. Es ist möglich. It's possible. Sag ich mal so. Das, äh, ja. Klingt gut. So, wollen wir zu einem Fazit kommen zu der Kamera? Ja, ja, Fazit. Go. Äh, sie tut. Sie ist vielleicht overpriced. Äh, sie ist ganz nett. Sie hat nette Features, die die OBS-Bot-Kamera nicht hat. Ähm, ob ich sie jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht, muss sie da für sich entscheiden, ob sie einen Anwendungszweck hat. Aber ich, ich würde sie mir jetzt nicht nochmal kaufen, aber ich bereue die Kaufentscheidung jetzt direkt nicht. Sagen wir mal so. Sehr gut. Und es ist, also es scheint ja auch verfügbar zu sein. Das ist ja aktuell irgendwie bei Technik durchaus, ähm, ein Kriterium. Ja. Insofern. Man kann nur, man kann sich nur das zulegen und testen, was auch verfügbar ist. Ja. Willkommen zu einem, zu einem, ich hab das mal so als, also A hat das Wintersemester angefangen. Bei einigen Kollegen schon länger, äh, bei, wir haben ja unterschiedliche Starttermine. Wir sind in Woche drei. Wir sind in Woche zwei. Und ich weiß, wo die, zum Beispiel in den, in den, die US-amerikanischen Kollegen waren noch, glaube ich, irgendwie in Woche acht, äh, zwölf gefühlt. Die fangen noch früher an. Aber ich hab, ich hab gesehen, du hast ein, das war, das hat mich, das hat mich fast ein bisschen geschockt, wie früh du aktuell unterwegs bist. Ähm, wollte jetzt keinen riesen Plot draus machen, aber sieben Uhr dreißig. Wer fährt da durch Nacht und Wind? Also das Foto ist tatsächlich, würde ich sagen, so um sechs Uhr fünfundviert entstanden. Warum, Leute? Wer quält dich so sehr, Matthias? Also es ist, um sie, um sieben Uhr dreißig, also warte auf, ich hab, um sieben Uhr dreißig warst du live. Da würde ich vermuten, bist du wahrscheinlich um Viertel nach sieben einfach aus nervlichen, nervlichen und zeitlichen, organisatorischen Gründen mit dem Aufbau fertig, auch um sich Kaffee zu holen, damit du nicht den Stress hast. um Viertel nach sieben aufgebaut zu haben, fängst du wahrscheinlich um kurz vor sieben an, mit jada, jada, jada. Du bist um fünf Uhr für eine Übung aufgestanden, oder? Naja, nee, ich bin nur um sechs Uhr, ich wohne ja nicht so weit weg von der Uni, glücklicherweise. Ich kann mich erinnern, ich bin nur um sechs Uhr fünfzehn aufgestanden, hatte aber alles schon sozusagen bereit, hab mich, hab noch einen Kaffee gekocht, hab mich aufs Rad gesetzt, bin zur Uni gefahren, die drei Minuten, hab um irgendwie, sagen wir mal, wie ich sage, so sechs Uhr 45 vielleicht dieses Foto gemacht, hab das fünf Minuten später, als ich dann im Hörsaal war, war es halt draußen auch leicht geregnet, getwittert und hab dann halt so, wie du sagst, genau, also deine Zeit, Planungsschätzung ist erschreckend realistisch, muss ich sagen. Aber so ungefähr, ja. Und wie kommt das? Tja, das kommt halt daher, dass wir eine automatische Stundenplanung haben, die halt einfach irgendwie automatisch Lehrveranstaltungen plant und dass diese Lehrveranstaltung, die es da geht, nicht als, ich weiß nicht, wie heißt das, als priorisierte Lehrveranstaltung geplant wurde, sondern einfach als Lehrveranstaltung. Und dann ist, glaube ich, ja, ich weiß nicht, woran das jetzt eigentlich tatsächlich so liegt, ob wir halt zu wenig Hörsäle haben, glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, das Ding ist, dass man immer einfach bei den Lehrveranstaltungen mit dem maximal möglichen Teilnehmeranzahl, Teilnehmerinnenanzahl plant, die da niemals nie hinkommen würde. Wir können ja mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, da waren vielleicht 40 Leute. Ja, da waren vielleicht 40 Leute. 40 klingt schon besser. Okay. Ja, genau. Also das ist ja, das ist ja komplette Hörsäle, das ist ja sozusagen irgendwie nur so zwei Drittel da sichtbar auf dem Foto. Da saßen auf der anderen Seite noch ein paar. Aber klar. Da waren wir doch auch. Da klingelt doch was. Immer gut, Gebäude zu erkennen. Was klingelt da? Da waren wir doch. Ja, da waren wir auch. Genau. Ja, genau. Hier mit der Uhr. Genau. Da ist irgendwie so ein witziger Warnhinweis oder so drauf, ne? Ja, da, ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ja, genau. Irgendwas. Ja, ja, okay. Da meldet sich was. Also das war einfach, das ist halt, das ist halt, das ist halt krass. 6.30 Uhr. Ja, und das ist halt ein Hörsaal, wo irgendwie 480 Leute oder sowas reinpassen für dann, also sagen wir mal realistisch, irgendwie 50, 60 Leute. Ja, und selbst in unserer Lehrveranstaltung, ja gut. Ja, Speditionen, ich meine, die stehen natürlich auch um 6 auf und liefern die halt. Ja, ja, es ist krass. Also, ja, also ich glaube, das ist der inoffizielle Titel früheste Lehrveranstaltung Deutschlands. Twitter Campus, I challenge you. Naja, ich weiß, ich glaube, das ist, also ich kann mich in meiner Studien, vielleicht ist das so Magdeburger Ding, aber in meiner Studienzeit kann ich mich auch an viele Lehrveranstaltungen erinnern, die um 7.15 Uhr oder 7.30 Uhr. Ich meine, 7.30 Uhr ist das Gentleman's Agreement, dass man halt sagt, ist eigentlich 7.15 Uhr, aber nee, lass uns bei 7.30 Uhr uns treffen. Es wird ja immer früher. 9.15 Uhr früheste, dass ich machen kann. Und ich meine, die Lehrveranstaltung, die danach zum Beispiel in diesem Hörsaal war, also da saßen noch, also da saßen weniger Leute, da saßen vielleicht 20, ich sag mal maximal 30. Das war aber Experimentalphysik und die bauen ja noch mehr Experimente auf als ich. Die haben ja da um 9 Uhr ging eine Tür auf und da kamen zwei Assistenten und schoben ein Wagen mit Experimentalaufbau nach dem anderen rein. Naja, klar, und das ist natürlich logisch, dass die eben diesen Hörsaal brauchen, weil sie ihren, das ist auch der Physik-Hörsaal, wo sie halt ihren Vorbereitungsraum, aber ich würde mal sagen, 50 Prozent der Lehrvereinstellungen, die halt in diesem Raum wie in den anderen Hörsälen geplant sind, die bräuchten eigentlich nicht einen Hörsaal in dieser Größe, sondern würden auch mit einem Halb oder Drittel so großen Hörsaal zu Recht kommen und das könnte natürlich ein einschränkender Faktor sein bei der Lehrvereinstellungsplanung, dass man immer sagt, wir brauchen aber so einen großen Hörsaal, der ist aber nur so früh frei, deswegen wandert halt die Lehrvereinstellung dahin. Also ich meine, ich habe das ja diese Woche nur vertretungsweise übernommen, diese beiden Termine, aber ich meine, das ist für die Studis schon witzig, weil es ist halt Montagabend von fünf bis sieben und Dienstagfrüh von sieben bis neun, also wenn das nicht in unterschiedlichen Hörsälen wären, in unterschiedlichen Gebäuden, könnte man ja direkt dort nächtigen, wenn man so möchte oder dann zur Vorweihnachtszeit abends auf dem Weihnachtsmarkt versacken Elektrotechniker-Lahn-Party und dann morgens früh gleich wieder ab zur Vorlesung und danach ins Bett. Also das Bild hatte ich gesehen, da müssen wir mal drüber reden, auch wirklich bei Wind und Wetter. Also es ist ehrtig, ja, krass auch, also ich glaube, ich wäre da irgendwie mit meiner kleinen Laptop-Tasche angekommen und nein, Lastenrad plus Anhänger drunter machen wir es nicht. Naja gut, kein Lastenrad in dem Fall, das ist ja, wie ich sage, das Lastenrad für Arme, das ist jetzt halt nur der Anhänger, aber ja, ja, sehr schön. So, ich hätte noch ein ganz kleines Thema zum Ende, wenn du magst. Sehr gern, sehr gern. Ich habe, also erstmal habe ich den Account von Sandra Schön wiedergefunden und sie macht echt coole Sachen, unter anderem auch Workshops und Einführungen zu OER und den Tweet fand ich ganz interessant, dass es sich relativ viel oder immer wieder was ändert. Ich glaube, von der OER-Strategie des Bundes und des Bundeswirtschaft, äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, als auch, äh, die, den Plan, ähm, ein, nicht nur OERs, sondern ich glaube, OIPs, also Open Educational Platforms, ähm, oder Practices. Interessante Papiere. Practices, ich glaube, aber OIP kenne ich eher als Open Educational Practices. Das können wir uns, google ich gleich nebenbei. Genau, ist, äh, ist das Practices? Genau, aber die Idee und dieses, dieses, ich sag mal, der politische Wille, aber da würde ich eigentlich gar nicht groß drüber reden, sondern, dass es eher so ist, dass YouTube die CC-Lizenzierung wieder abschafft und ich fand es wieder so ein bisschen tragisch, ironisch, dass eine OER-Strategie des Bundes und von mir aus von diversen Ministerien existiert und in der gleichen Woche oder zumindest im gleichen Zeitraum sagt YouTube, also wisst ihr was, ab 21 machen wir es und die Begründung und normalerweise lassen sich so große Konzerne ja nicht besonders genau in ihre Argumentation einblicken. Sie wurde zu wenig genutzt und wir haben ja hier auch auf dem Stream schon diverse Live-Proben gemacht. Wie ist das denn mit Creative Commons? Also die Idee, dass ich, ähm, jetzt was suche und ich suche von mir aus, ja, es ist quasi eigentlich egal, ich nehme jetzt einfach mal irgendein Schlagwort, das ich direkt kopieren kann. Du kannst mal suchen, ja, oder such mal nach dem Kanon in D-Duo von Johann Packelwell, den habe ich nämlich letztens gesucht. Du brauchst nur Kanon D-Duo. Oddly specific, I love it. Und dann habe ich Filter. So, Creative Commons, also das wird bald verschwinden. Ich müsste mir noch mal ein Screenshot davon machen. Einfach aus, wenn man das mal in einem Workshop braucht. So, ähm, genau, das ist irgendwie how it works, versteht eh keiner. Und ist das jetzt tatsächlich? Tja, das ist jetzt die gute Frage. Das habe ich mich nämlich beim letzten Mal, also, weil ich habe, hatte das, ähm, als eine Antwort in einem Quiz drin. Äh, da ging es um, war das sozusagen eine, eine Falschantwort, ein Distraktor in einem Quiz. Und dann wollte ich halt dieses, dieses Lied, das habe ich dann am, am Dienstag früh als, ähm, Intro Musik in dem Stream eingespielt. Und habe das dann aber, weil ich halt der, der YouTube, äh, Lizensierung da nicht getraut habe und keine Lust hatte, in irgendwelche oberrechtlichen Dinge in meinem Stream-Kanal verwickelt zu werden, habe ich es dann einfach bei, was weiß ich, Free Music, Open Music Archive oder so runtergeladen. Ähm, und da fand man das eben ohne Probleme. Ich meine, das ist irgendein mittelalterliches Lied, der Typ ist von 1500 oder sowas. Ich wollte gerade sagen, das, genau, so klingt es nämlich auch. Oder von 1600 irgendwas, ja. Ja, hier scheint ja auch eine, Adoptionen, also, ja. Genau, und das ist halt super, super bekannt, aber ich meine eben, klar gibt es jetzt bestimmt, ähm, Urheberrechte auf irgendwelche Interpretationen dieses Stückes. Ja, das ist genau, das sowieso. Ja, aber eben nicht auf die eigentliche Melodie oder das Stück halt an sich. Genau. Aber es ist ja sogar ein sehr positives Beispiel im Sinne von, ähm, gut, je nachdem, welche Techno-Remixe jetzt quasi, ein neues Copyright bekommen haben. Aber dass dieser Button jetzt, sind wir mal ehrlich, ja, der hat nie so richtig, äh, funktioniert. Also im Sinne von, also die Argumentation, das wurde zu selten genutzt, ja, aber wurde ja durchaus genutzt. Das, was dann irgendwie schon vor, hochgeladen wurde, ähm, ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist einfach Business Lecture. Ähm, gut, ja, das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Ähm, sehr gute Vorgänger oder Wegbereiter, MIT OpenCourseWare, kennt man tatsächlich. Ähm, ah ne, jetzt hat er einen Filter ausgeschmissen. Auch schlau. So. Ja, ja, genau. Aber es gibt ja durchaus Sachen und also, finde ich einfach sehr spannend, dass gesagt wurde, hier, ähm, übrigens Strategie, äh, wir machen und wir legen jetzt los und YouTube so, ja, ne, wir haben jetzt, wir sind jetzt fertig mit OER. Ähm, und, ich weiß nicht, was es jetzt bedeutet, natürlich war das nicht der Haupttreiber von, von YouTube, aber es, je öfter ich sowas sehe, desto eher bemerke ich durchaus, dass es eigentlich wichtig wäre, dass man Plattformen bespielt, die sich darum kümmern oder denen es wichtig ist. Google scheint das ja weniger wichtig zu sein, weil man könnte das ja auch genauso gut ausbauen oder den Lizenzdschungel, ähm, erweitern, das weiß ja irgendwie auch, man, man wusste ja auch nie so richtig oder ich zumindest wusste nie, was heißt denn das jetzt? Also, naja, ich meine, im Fall von YouTube war das, glaube ich, eine CC BY SA Lizenz, ne, also, Sam Introduction und, genau, also untergleichen, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, ja. Ja, was dann natürlich, also, das ist jetzt auch nicht der Goldstandard, ne, also, nee, ich meine, ja gut, ich meine, der Goldstandard, den halt die ganzen OER-Leute berechtigterweise fordern, ist halt CC BY, weil du das halt mit dem SA natürlich, ähm, schon, schon dann auch wieder, ich meine, wie mit den ganzen NC-Sachen, ähm, unnötig einschränkst oder halt einen Haufen Diskussionen aufmacht, äh, ich meine, ich glaube, von daher waren die, waren die OER-Leute, äh, äh, nie so ganz happy mit YouTube, weil YouTube das eben immer nur, also, du konntest halt CC machen, aber dann war es halt genau diese, und eine andere ging halt auch gar nicht, nicht, ich meine, wenn du jetzt irgendwie Sachen bei SlideShare hochlädst, da kannst du diese ganzen Unter, äh, Varianten, die es alle von den CC-Lizenzen gibt, eben auswählen, ähm, ich meine, warum YouTube das jetzt wegnimmt, weiß ich nicht, ich meine, das kostet ja kein Geld, da irgendwie jetzt ein Button mehr oder weniger, da in der Filter-Suche zu haben, und ich meine, das hat auch meines Erachtens jetzt die, ähm, wenn ich irgendwie auf Video-Eigenschaften klicke, und da wird halt eine Lizenz angezeigt, und das ist dann eben im Zweifelsfall eine Standard, also, in den meisten Fällen eine Standard-YouTube-Lizenz, ja, und manchmal war das halt irgendwie ein CC-Buy, ähm, oder Quatsch, oder ein CC-Buy-SA, ich meine, also, ich verstehe diese Beweggründe, ich halte das für, es wurde zu wenig genutzt, einen vorgeschobenen Grund für irgendwas anderes, aber ich verstehe halt den anderen Grund, nicht. Und ich meine, klar, also, dass man halt weiterhin seine Videos mit einer Quellenangabe versehen kann, ja, das ist halt natürlich schön, aber ich meine, für mich würde, und für viele andere Leute würde es jetzt bedeuten, ich muss irgendwie gefühlt durch 200 Videobeschreibungen gehen, und da irgendwo nochmal hinschreiben. Übrigens, siehe, äh, das Video ist halt unter CC-Was-Auch-Immer-Lizenz-Frei gegeben. Ah, es ist halt, genau, ja, wieder, der Wille ist ja durchaus da, bei Lehrenden, nicht die meisten Lehrenden, oder auch Lehrer, wie auch Uniduzierende, produzieren ja selber nicht, also das haben ja auch diverse Umfragen gezeigt, was ja erstmal in Ordnung ist, aber die, die das halt durchaus machen, und, äh, die OER-Tage, ich glaube, in Hamburg waren sie, konnte leider wieder nicht teilnehmen, aber haben ja auch durchaus, was, also die Szene ist ja, es gibt so einen richtig harten, so ein, welchen, ob man das so sagen kann, und es gibt aber natürlich immer wieder NeueinsteigerInnen, die halt dazukommen, ja, genau, und, ähm, ganz kurz, ich meine, hier steht jetzt aber, äh, CC-Buy, und ich, ich bin mir jetzt unsicher, ob YouTube immer CC-Buy hatte, oder CC-Buy, also, ich, 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 das ist wie gesagt, ich meine, das war früher auch ein Häkchen, was man halt bei seinen Videos ausgewählt hat, und dann, ja, natürlich könnte man es jetzt durch Nutzungsbedingungen, aber, ich weiß es nicht, also, es ist, es, ich sag mal so, es ist nicht leichter geworden, ähm, ja, von dir selbst, andere Videos, also, es scheint, ich, ich, ich dachte auch, es wäre CC-Buy-SA, ähm, dann gibt es ja auch noch so, irgendwie Commercial-Use, also, dass man noch sagt NC, dann kannst du ja quasi, gar nichts mitmachen, außer, dass genau das Video so zeigen, ohne, dass du mit Geld verdienst, ja, ich, ich, ich fand es auch einfach, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, hat was von der griechischen Komödie, dass man einfach sagt, übrigens, hier ist unser 200 Seiten Strategiebericht, weiß nicht, wie viele Seiten er hat, und, ähm, die, also im Sinne von, man hat jetzt, man hat, man wurde jetzt jahrelang dieser Idee nachhängen, hat aber keine eigene Plattform, ich weiß nicht, ob die EU plant bestimmt irgendwas anderes, oder was eigenes, und Big Tech sagt aber an der Stelle schon, wir sind schon ein Schweinezyklus weiter, wenn man das so plakatstellt, kreativ sagen möchte, ähm, ja, fände ich, fände ich jetzt einfach spannend, ich glaube jetzt nicht, dass die Leute, die regelmäßig hochladen, ähm, Lehrende, wie du, dass, dass groß die Entscheidung, es ist ja auch wirklich nur so ein kleiner Teil, YouTube ist nun mal die zweitgrößte Suchmaschine, oder, das ist der Hauptanknüpfungspunkt für Videos, das jetzt einzustampfen, naja, sie werden sich was bei gedacht haben, und, wie gesagt, selten lassen sie sich so richtig in die, in die, äh, Entscheidungen gucken, das wird man wahrscheinlich relativ hart quantitativ rauszählen können, wie viele Suchergebnisse auf den Content zurückgeht, ja, also ich meine für mich jetzt erstmal, also, ich glaube, wir müssen das klarstellen, ich glaube, YouTube hatte schon immer CC bei, also, wenn man, ich bin gerade mal auf der Seite von irgendeinem Video von mir, und da kann man halt auswählen, Standard YouTube Lizenz, ja, Creative Commons Lizenz, Namensnennung, und das ist eigentlich eben in, unter OER-Kreisen, die, die gute Lizenz, im Prinzip der Goldstandard, weil ich muss nur Attribution machen, ja, so, das Ding ist aber, wenn du jetzt auf dieses Video drauf gehst, wirst du halt nirgendwo mehr unten diesen Hinweis finden, ja, unter welcher Lizenz das halt steht, das ist, obwohl doch, es steht noch da, es steht noch da, aber da steht, genau, jetzt kommst du aber auch wieder auf die Seite, ja, das ist ja genau die, so, und dann, also, da steht ja erstmal nur, ja, also was, ja, mit Quellenangabe, das ist eigentlich, ja, okay, und ich meine, jetzt musst du halt natürlich wissen, was heißt Creative Commons mit Namensnennung, ja, das weiß ich nicht, ob sie das jetzt irgendwo, nochmal halt, Lizenstypen, ob sie das jetzt irgendwo schlau hingeschrieben haben, ähm, wie sagt, ja gut, aber ich meine, nee, nee, wenn du jetzt auf der, auf der YouTube Seite, äh, Quatsch, auf der Seite bist, wo du halt vorher warst, wo das mit dem Oktober 2021 steht, ja, und dann mal auf den CC Buy Link klickst, so ein bisschen höher, genau, dann kommst du auf die Seite, wo halt die, Antwortet, ja, 3.0, okay, der, der tatsächliche, ich sag mal, für Laien dann auch, äh, schwer verständliche Lizenztext steht, aber was jetzt konkret unter dieser CC Buy Lizenz zu verstehen ist, sie sagen ja, sie sagen, es ist normal, okay, ja, und ich meine, okay, da verweisen sie halt auf die, auf die 3.0, aktuell wäre auch eine 4.0, da kann man sich jetzt drüber streiten, ich weiß, da kenne ich jetzt auch nicht so die ganzen Details, aber ich meine eigentlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt das, ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht müssen wir nochmal Sandra schön fragen, ob sie jetzt präzise weiß, weil ich meine, also ganz offensichtlich kann man ja noch nach Videos suchen mit Lizenzangabe, ich meine, Oktober 2021 ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, ja, ähm, und ich habe ja auch noch Videos jetzt hochgeladen seitdem und die mit einer CC Buy Lizenz, ähm, versehen und diese, dieser Lizenzinweis wird ja auch noch angezeigt, wobei ich mich letztens auch schwer getan habe, irgendwie Videos zu, ähm, oder zumindest ich, also zumindest hatte ich so andere Videos, wo dann eben nicht hinstand, Lizenzinweis, Standard YouTube Lizenz, sondern ich glaube, dieser Lizenzinweis wird eben nur mehr angezeigt, wenn es halt eine CC Lizenz ist. Ich könnte auch schwören, dass es zwischenzeitlich nicht angezeigt wurde, oder ich bin, manchmal läuft man ja auch in so AB-Tests von denen rein, dass man im aktuellen Strang, äh, Dinge sieht oder nicht mehr sieht, äh, das ist immer ein bisschen schwer zu, zu zeigen, auch, auch, dass die Box, also die, ähm, die Box hier unten, die sieht ja, äh, kann ich das wieder einklappen, also auch die sieht ja, ne, mach das Bild an, äh, die sieht irgendwie, in den letzten Monaten habe ich das Gefühl, ist irgendwie in der Videobeschreibung doch relativ viel, äh, äh, zumindest rein optisch, ja, werden wir sehen. Was ich ja zum Beispiel viel spannender finde, also ich habe auch gerade mal nachgeschaut, also die OER-Strategie des Bundes hat 24 Seiten, da kannst du jetzt natürlich im Dickblatt und ein bisschen was abziehen, aber, äh, 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 fair, okay. Ich glaube, das ist schon, ist schon ganz okay, das ist jetzt so ein, ähm, ein gutes Format, ein guter Umfang. Was, was ich ja zum Beispiel, ich, ich mache ja auch, ich würde mich jetzt natürlich nicht als ein Experten, Expertin, so wie Sandra Schön auf dem Gebiet der Open Educational Resources bezeichnen, aber ich habe natürlich auch schon mal irgendwie den einen oder anderen, so, so Einführungs-Hallo-Welt-Workshop zu OER-Themen bei uns an der Uni oder irgendwie so in diesem Internet gegeben für, für andere Hochschulen und habe da auch so einen, naja, so einen Foliensatz, den man halt so hat, den man so zeigt, wenn man halt irgendwas über OER erzählt und ich meine, ich kann das durchaus bestätigen, dass da halt immer, also, früher, vor einem Jahr ungefähr, gab es halt noch eine OER-Worldmap zum Beispiel. Ich meine so den Sinn und Zweck dieser Karte, außer man zeigt halt, wo denn überall auf der Welt es Leute gibt, die irgendwie zum Thema OER aktiv sind und dann halt feststellt, oh ja, es gibt noch vielleicht jemand anderes in Sachsen-Anhalt oder es gibt jemand anderes in Magdeburg oder hier und da, der halt auch auf dem Thema arbeitet, das ist nicht weit weg, ich rufe den mal an, ich treffe mich mal mit dem und tausche mich mal über Open Educational Resources und Open Educational Practices aus. Ich meine, so einen großen anderen Zweck habe ich nie von dieser Landkarte gesehen, aber ich meine, sie gab es halt und es war immer noch mal schön, um diesen Community-Gedanken zu zeigen. und die gibt es halt nicht mehr, weil, weiß ich nicht, irgendwer halt nicht mehr bereit war, wahrscheinlich aus privater Tasche oder von woher auch immer, für diese Serverkosten und für den Weiterbetrieb der Seite zu zahlen und weil auch keine Uni irgendwie hier geschrien hat und gesagt hat, ja, das machen wir in unserem Rechenzentrum auch noch nebenbei und das finde ich zum Beispiel ja auch, sowas finde ich halt auch schwierig. Also, ich meine, da gab es so eine coole Webseite, die gab es auch wirklich, solange ich mich erinnern kann, in dieser OER-Bewegung drin zu sein, gab es immer die OER-Worldmap und alle haben immer gezeigt, irgendwie da sind wir und da stehen wir auch da drauf und jetzt ist sie halt einfach tot und wenn du auf die Seite gehst, weiß nicht, kommt ein 404 oder kommt halt einfach Your Server Not Responding oder sowas. Ich meine, genauso wie die, ja genau, also man findet noch irgendwie so Screenshots oder man findet noch irgendwie so, da war sie mal, ja, von 2017. Genau. Schade, schade. Die Live Interactive Map ist schon hier, so, ja, und dann ist da halt this is a new page, so, wie das so früher auch so. Ich habe auch gerade noch mal geguckt, definitiv Open Educational Practices. das hätte ich wissen sollen, ja. Ja, cool, aber wie gesagt, dann empfehlen Sie mal, das finde ich gut. Also wie gesagt, wurde auf einer Konferenz von uns letztens mal als Lesetipp bereitgestellt, deswegen habe ich es angesprochen und das ist ja definitiv auch der, der, der richtige Weg und da scheint ja auch durchaus der politische Wille im Sinne von, wir setzen das auf die Agenda, wir besprechen das und damit wir eben, also Graswurzelbewegung ist schön und gut, aber die, die Rechtssicherheit, rechtssicheres Prüfen ist eine Sache, aber auch rechtssicher Inhalte lehren und teilen und vielleicht klingt das jetzt auch wieder zu pessimistisch, aber wir könnten weiter sein. Ja, also ich meine, das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, da sind wir glaube ich auch jetzt nicht die Experten für da tatsächlich in dem Bereich, aber ich, also ich verweise mal an den Bildung Alt Entfernen Podcast von Anja Lorenz und Oliver Tacke und an irgendwie so ein paar Papiere und Artikel von Joran Musmeerholz und an das Firearm Beer Open Education von Christian Friedrich und Markus Deimann, die das alle sehr ausführlich besprochen haben, diese OER-Strategie und dieses Papier und diesen ganzen Entstrehungsprozess, der halt ja auch sehr offen sein sollte, dann vielleicht gar nicht so offen gehandhabt wurde und irgendwie auch immer wieder so ein bisschen verzögert wurde für eigentlich irgendwie keine so wirklich guten Gründe und ja, dass also aus Sicht der Personen, die daran beteiligt waren, vielleicht jetzt so ein Minimalkonsens ist, der da erarbeitet wurde, aber immerhin so ein Status, den man jetzt mal zeigen kann und mit dem man halt weitermachen kann und bei dem man, also auf dem man aber auch schon locker vor fünf Jahren halt hätte kommen können, wenn man denn hätte wollen. Das ist eine sehr diplomatische Umschiffung, nehme ich. Ja, es ist, ja, wie gesagt, es ist durchaus ein, es ist ein heißes Eis, keine Ahnung, aber für so die Realität, ich merke es auch immer mehr, wenn man irgendwie mal ein Video braucht, sogar weiß, dass da was existiert und manchmal hat man ja, also auch genau wie die Frage, was funktioniert denn technisch, was kann ich denn machen, nee, was will ich denn machen und wie setze ich das technisch um, kann ich auch fragen, was will ich denn in einer Lektion oder in einer Session zeigen und wenn ich sogar weiß, da ist ein Baustein und ob das jetzt irgendwie ein Meme ist oder ein Ausschnitt aus einer Serie, wo von mir aus, ich hatte letztens was auch gesehen, hier, man hat irgendwie abends auf der Videoplattform einer Wahl und dann war wieder so eine absolut generische Hacker-Szene, also noch nicht mal Linux-Terminal, sondern war wenigstens nicht grün, aber wo ich halt auch dachte, das wäre einfach ein schöner Auf-, also Themenaufreißer gewesen, gar nicht so sehr im Sinne von, um irgendwie Hacken zu zeigen, sondern auch so als, ich glaube im Kontext von Wissenschaftskommunikation und irgendwie Dinge, Dinge komplett verzerrt darstellen, um, und dann habe ich schon halb irgendwie fünf Folien im Kopf, also es geht ja dann irgendwie relativ schnell, wenn man so weiß, was ist der Aufhänger, und dann ist mir irgendwie aufgefallen, das könntest du nur hinter verschlossenen Türen zeigen, weil, boah, hm, kannst du eigentlich öffentlich sowieso nicht machen, bist du am Copyright sofort drin, Fair Use haben wir meines Erachtens auch nicht so richtig in Europa, also, so wie, Ja, wir haben halt wohl kein Kläger, da kein Richter, ne, ich meine, aber das ist eben jetzt auch nichts, wo du dich Fair Use mäßig drauf, drauf verlassen könntest, dass das denn halt so ist, ja. Also, also machst du es nicht. Ja, genau. So, genau, aber das war einfach mal wieder so ein Aufhänger, wo ich sage, ach, spannend. Ja, ich, ich meine, aus meiner Sicht, ich habe, ich habe, glaube ich, das OER-Strategiepapier auch mal überflogen und manche Sachen fand ich gut, manche Sachen fand ich nicht so gut, oder fand ich irgendwie vielleicht abseits der Realität, ich meine, ich finde halt immer noch, wir hatten jetzt letztens einen Workshop, habe ich auch ein bisschen drüber getwittert, an der Uni in Halle, wo es um dieses E-Learning-Service-Agentur-Netzwerk in Sachsen-Anhalt ging und da war halt jemand da, das kann man ja auch in dem Tweet nachlesen, der halt das, sowas ähnliches in Rheinland-Pfalz vorgestellt hat, wo die halt, naja, zumindest aus der Außensicht uns auch wieder irgendwie zehn Jahre, 20 Jahre sozusagen, voraus sind, weil es da so ein, 20 Jahre, naja, also zumindest haben die halt mit ihrer E-Learning-Landesservice-Agentur jetzt irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, ja, und wir sind halt dabei zu überlegen, wie man eine gründen könnte und wie man die halt finanziert, also in dem Sinne, ich meine, klar haben die da vor 20 Jahren wahrscheinlich eben auch andere Sachen gemacht, erst mal, aber, aber Herrgott, es gab sie halt schon und sie haben halt was gemacht, so, und da ging es natürlich auch wieder um OER und das OER halt ein Schlüsselbaustein sind für interaktive Lehrformate, weil das, oder für innovative Lehrformate, weil sich niemand alleine hinsetzen kann und diese ganzen Materialien produzieren kann, sondern weil man sich halt austauschen muss, und ich glaube, was sich halt immer viele wünschen und ich, letztens hatte ich auch so einen Tweet, weiß nicht, den habe ich mir auch nicht gespeichert, wo halt jemand geschrieben hat, ja, wir haben so viel, wir haben so und so viele Stunden, wenn man so über, ich glaube, da ging es um Berufsschule, wir haben so und so viele Stunden, wir haben so und so viele Lehrkräfte, wenn man das jetzt einfach mal aufteilt, ja, dann hieße das eigentlich nur, jede Lehrkraft müsste nur zwei Stunden, wenn man so will, in perfekter Qualität vorbereiten, mit Materialien das irgendwo hinstellen und dann wäre eigentlich Schluss, dann hätten wir halt, alles so, das ist, klar, kann man so sehen, aber du musst noch die Plattform haben, du musst noch irgendwie die Metadaten haben, jemand muss sich das auch anrufen, muss irgendwie basale Qualitätssicherung haben und also diese ganzen Dinge, die da noch irgendwie so ringsherum sind, aber ja, so und ich glaube, was sich halt immer viele Leute im Hochschulkontext wünschen, ist zu sagen, ich habe so einen One-Stop-Shop, ja, da gehe ich halt hin und sage, wir haben jetzt einen neuen Studiengang hier, irgendwie da geht es um das und das und dafür brauche ich jetzt ein Modul zum Thema XY und dann tippe ich da ein, hier irgendwie Kurs XY und dann finde ich, genau auf die Zielgruppe, die ich adressieren will, genau mit dem Vorwissen, was die Leute haben und genau mit dem, mit dem Delta an Kompetenzen, die ich ihnen irgendwie damit vermitteln will oder die sie entwickeln sollen, ja, genau ein Lernpfad mit den perfekten Materialien, Interaktion, pipapo, mit einem Assessment am Ende summativ oder formativ dazwischen, was genau das abbildet und dann klicke ich sozusagen auf herunterladen, auf importieren, packe das in meinen Moodle-Kurs ein, neben irgendeinem ständischen Tutor, sag hier Feuer frei, du betreust das jetzt und dann ist halt der Kurs und das Modul und sozusagen die Lehrveranstaltung fertig und das, so wird das halt nie, nie, nie funktionieren, ne, weil das, ich meine, da gibt es halt einfach so, so viel, äh, this will break in the beginning, ja, ne, also so viel graduelle Abstufungen von, was, mit was ich an Vorkenntnissen annehmen kann, was ich eigentlich konkret machen will, äh, dass das, ähm, selbst dann für, ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal irgendein Thema raus, Elektronik, ja, dass das halt für Elektronik dann so viele verschiedene Varianten von diesem Kurs gäbe, dass das dann am Ende eh keiner mehr kapiert, welcher Kurs fängt jetzt wie wo an und, und, und führt halt wohin, ja, und, und auf welchen Weg ist es. Und wie wird es anerkannt und angerechnet und überhaupt und was für die Modulen kommt. Und ist das eher theoretisch oder ist das eher praktisch oder ist das eher experimentell oder wie auch immer so. Und, und ich meine das, also ich, ich würde jetzt mal, mich, wie ich sage, ich bin so ein, ich bin ein interessierter Laie auf dem Gebiet der Open Educational Resources und ich bin vielleicht, ähm, 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 interessierender Mensch im Gebiet der Open Educational Practices. So, und ich meine, was mir halt hilft, sind super kleine Einheiten. Da ist ein Bild, ja, da hat jemand ein Bild gemacht, das nehme ich, da hat jemand ein Lied, das habe ich nämlich jetzt als Intro für meinen Stream, das nehme ich. Da hat jemand ein schickes Diagramm, ähm, da hat irgendjemand sich mal Gedanken gemacht über einen Messaufbau, da hat jemand ein schickes Schaltbild gezeichnet, ja, das nehme ich und, und da muss es aber in so einem Format sein, dass ich das noch irgendwie gut adaptieren kann und ich will das einfach runterladen können und da soll möglichst klar dranstehen, hier, diese Lizenz, das ist der Mensch, das ist die Lizenz, das ist der Titel, das so, dass ich halt irgendwie sagen kann, jetzt zack, bumm, mit dem Lizenzhinweis baue ich das mehr ein. Und, und im Prinzip mehr will ich gar nicht, ja, ich will nicht komplette Kurse haben. Und ganz ehrlich, das funktioniert, wenn ich so an Bilder denke, doch echt gut. Also sowohl auf Pixabay, da muss man ein bisschen aufpassen, so, und jetzt sagen aber halt, ja genau, und jetzt sagen aber die OER-Leute wieder, ha, Pixabay ist aber nicht wirklich OER, das stimmt wohl, da muss man, also das Problem, was ich auch da an dieser Plattform habe, ist, dass dann Sachen, also da findet ja kein, keine Content-Moderation statt, im Sinne von, ist das wirklich dein Schaltbild oder deine Grafik? Das wird, eigentlich ist es ja nur eine, ist das wirklich von dir? Ja, okay, haben wir gemacht. Und, ja, wie du sagst, es ist dann auch so eine Art proprietäre Lizenz, ich kann verstehen, dass man da mit Bauchschmerzen hat, es ist aber natürlich auch ein, die machen damit Geld, halt im weitesten Sinne, da ist Werbung auf der Plattform. Naja, weil sie halt Werbung auf ihre Seite packt und ich meine, warum ist denn die Pixabay-Lizenz so wie sie ist? Weil die halt natürlich berechtigterweise Angst davor haben, dass jemand halt einfach, wenn sie das sozusagen unter CC Zero dahin stellen, ihre, ihre Abermillionen Bilder, dass jemand halt diese Abermillionen Bilder runterlädt und auf eine eigene Seite stellt und selber halt mit Werbung Kohle damit verdient. Und ich meine, genau diesen Fall und im Prinzip aus meiner Sicht nur, nur diesen einen Fall, den schließen sie halt mit ihrer Pixabay-Lizenz aus und deswegen können sie das halt nicht CC Zero nennen, ja. So, aber als OER-Praktiker, prove me wrong, ja, würde ich sagen, ist halt, also wenn ich so ein Bild verwende und pack das jetzt in meine Folie, ich meine, da sagt ja auch die Pixabay-Lizenz, du kannst da alles mitmachen, du kannst selbst am Ende die Folien verkaufen, du darfst eben nur nicht hunderttausendfach diese Bilder runterladen runterladen und jetzt hunderttausend davon von den Bildern in deine Folie einbauen oder die halt wieder selber in, so. Und ich meine, das will ich ja nicht machen, also warum sollte jetzt, aber ich meine gut, ich bin kein, nur das, das wäre mal sehr interessant zu diskutieren, wie das halt so die, die OER-Expertinnen sehen, aber ich würde halt, also wenn mich jetzt irgendein Kollege fragt, ey, pass auf, ich habe hier einen Foliensatz, ich habe ein geiles Bild bei Pixabay gefunden, das würde super passen, kann ich das in meiner Lehrveranstaltung zeigen, kann ich danach die Lehrmaterialien ins Internet stellen, würde ich sagen, feuerfrei machen, ja, da wird sich keiner, keiner davon abhalten, das zu tun. Zumal ja auch irgendwie zu sagen, wer hat das gemacht, irgendwie viele, irgendwie danke, also ich meine, da gibt es ja auch sozusagen im akademischen, ähm, ja, und ich meine, also im Zweifel, ich würde halt immer dran schreiben, Bild ist von Pixabay, hier ist der Link, einfach damit ich selber in zwei Jahren noch weiß, warte ich ja mal dieses Bild her und nicht die Google-Rückwärtssuche, die Rückwärtssuche bemühen muss, was ich schon oft genug getan habe, so, und, ich meine, was ich noch dann jetzt mal tatsächlich einen total spannenden Punkt fand, den haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal so ganz kurz angesprochen ist und der hat sich jetzt halt wieder bestätigt, jetzt habe ich halt diesen, diesen Menschen da aus Rheinland-Pfalz befragt und haben gesagt, ey, pass auf, ihr habt jetzt irgendwie 20, ihr feiert jetzt 20-jähriges, habt schon 20-jähriges Jubiläum von eurem Dings, von eurem virtuellen Campus da, was auch mal gefeiert und, ähm, ihr sagt, OER ist der Weg, OER ist der Weg, den wir gehen müssen, wir gehen diesen Weg OER. Was macht ihr denn jetzt mit Lehrpersonen wie Etemoi, wie mich, ja, die halt an der Uni arbeiten, eine unbefristige Stelle haben, irgendwie sozusagen Postdocs sind, ja, die aber nicht habilitiert sind, ja, und die jetzt solche Materialien als OER erstellen, weil, das ist nämlich, ja, haben wir schon mal überstanden, Wem gehören die Materialien? Total unklar, ja, so, und, und dann hat der, hat der halt auch gesagt, äh, da hab ich halt gefragt, gibt's denn, bei euch, gibt's bei ihnen eine OER Policy, was weiß ich, landesweit, uniweit, wie auch immer, die halt sowas klärt, wie eben mit nicht habilitierten, weil, bei denen ist das ganz klar, denen gehört alle Rechte, ja, die können die an den Verlag verkaufen und dann muss die Uni am Ende das für Geld von dem Verlag zurückverkaufen, zurückkaufen, ne, aber wie ist das mit anderen Leuten, gehört das, mir gehört das, darf ich das, kann ich das, soll ich das, soll ich das vielleicht nicht, so, ich sag immer wieder, leuchtendes Vorbild, TU Graz, ja, OER Policy TU Graz, steht drin, wir empfehlen und wir, wir, wir wünschen uns und wir fördern, irgendwie so steht das da drin, dass alle mit der Uni assoziierten Personen, Mitarbeitende, Lehrende, Studierende, von ihnen erstellte Materialien auch als freie Materialien OER wieder irgendwo veröffentlichen, so, ähm, und vielleicht nicht sogar irgendwo, sondern hier und da gibt's gut geeignete Plattformen, aber ich mein, im weitesten Sinne, man stellt es in dieses Internet und dann werden es schon weitere Leute da halt irgendwo finden, auf den Plattformen, die es da halt so gibt und die dann halt für sich, für diesen und jeden Medientyp sich halt besonders als geeignet herausgestellt haben, ja, ähm, so, naja, und dann sagt er halt, ähm, ja, nee, sowas gibt's halt bei uns, äh, tatsächlich leider auch nicht, also wir sind da jetzt halt auch irgendwie mal dran, das halt zu machen, aber ich mein, gut, das kann ich halt jetzt, äh, von Sachsen halt auch behaupten, dass wir da dran sind, sowas zu machen, keine Ahnung, wie lange das halt noch dauern wird, und ich mein, der Punkt ist halt, dass du dann natürlich jetzt Lehrpersonen, die, die da vielleicht unsicher sind, oder die halt überlegen, ja, ich könnte ja, aber soll ich oder soll ich nicht, halt abschrecken, so, und ich mein, dann hab ich mich mit so ein paar Leuten auch, äh, darüber unterhalten, und, ähm, die auch vielleicht rechtlich da Ahnung von haben, und die haben dann gesagt, naja, eigentlich kannst du das machen, weil da gibt's irgendwie diesen und jenen Paragraphen und diesen und jenen, und, äh, und die, die, die Rechtsprechung hat da bis jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gesagt, was da jetzt irgendwie gegensprechen würde, aber, ähm, das, das sicherste wäre, das sicherste wäre, wenn man das halt in dem jeweiligen Fachbereich, ja, oh Gott, halt irgendwie klärt, durch eine Richtlinie, so, jetzt kann man sich ja auch natürlich irgendwie überlegen, dass es ja der, dann, der, für die Zukunft, der schlimmste anzunehmende Fall eigentlich wäre, wenn jeder Fachbereich, jeder Lehrstudiosinstitut, jede Fakultät, und, und dann halt auch jede Uni, in irgendeinem Bundesland und in einem Staat wie Deutschland, das für sich irgendwie anders klärt und auslegt, wie denn halt mit solchen, äh, Open Educational Resources und so zu verfahren ist, ja, und das, nichts nötiger wäre, als eben eine zentrale Policy, die sowas halt klärt. Ja, aber Bildung Ländersache, nächstes Thema. Ja, gut, aber ich ahne Fakultätslizenzen. Bitte? Ich ahne Fakultätslizenzen, so wie Pixabay jetzt ihre eigenen Lizenzenzen macht, ahne ich. so eine Fakultätslizenz, ja, und dann ist, da schreiben natürlich alle heillos, also, ich meine, ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn man jetzt halt als, als eine Rechtsstelle sagt, ja gut, da müsst ihr irgendwie eine Einzelfallentscheidung treffen oder das müsst ihr halt für euren Fachbereich klären, weil das, das führt halt, also weil, dann hast du halt Fälle von Lehrpersonen, die halt eine halbe Stelle hier haben und eine halbe Stelle dort haben und auf der einen halben Stelle dürfen sie das und auf der anderen halben Stelle dürfen sie es nicht oder nur unter diesen Bedingungen und also ich meine, da brauche ich jetzt nicht lange irgendwie in die Glaskugel zu gucken, bis mir da tausend Fälle einfallen, wo das zu ganz absurden Problemstellungen führen wird. Und das ist ja auch viel zu, ich meine, worüber kommen wir denn? Wir wollen irgendwie gute Lehren anbieten, das soll irgendwie, wir reden über ein Beispiel, wir reden über, von mir aus, eine Grafik, eine, ja, und dafür dann irgendwie einen Antrag stellen, nein, also, also, nein, Reality Check, hart, hart no, also, muss man halt einfach mal sagen. Reality Check sagt no. Also machst du halt, also, also machst du es nicht, also machst du die Folien, die, wo du weißt, da gab es noch nie wirklich Stress mit und ich meine, es ist schön, dass alle, die habilitiert sind, da irgendwie die großartigen Rechte und Vertragsgestellungen, Vertragsgestellungen haben, aber auch da sagt der Reality Check, wer, wer liefert denn dazu, um es diplomatisch verklausuliert zu formulieren, wer liefert denn dazu, wenn am Ende habilitierte Folien entstehen? so. Viele, viele unten drunter und auch, auch Studierende, also, hiwis, wie, ja, insofern, ja, ja, grüße nach Graz mal wieder. Ja, naja, und ich meine, dann, ähm, hatte ich halt, äh, vorschlagen, lieber gut kopiert, als schlecht selber gemacht, warum nehmen wir nicht die, oh ja, Policy von dort und, äh, die wahrscheinlich auch unter einer CC bei, was auch mal Lizenz freigegeben ist und adaptierten jetzt direkt. Und ich meine, dann kam, ich glaube, von Anja Lorenz, der berechtigte Hinweis und ich meine, da, da hat sie auch absolut recht mit, ähm, zu sagen, ähm, gerade in dem Prozess, das zu entwickeln, ja, so wie man halt ein Lego-Spielzeug aufbaut, da, da steckt dir der eigentliche Spaß und die eigentliche, das eigentliche Dings drin. Ja gut, die Frage ist halt natürlich, wie kann man solchen Prozess denn eben, also, den vielleicht am Fachbereich, an einem Lehrstuhl, an einem Institut anzustoßen, das ist noch irgendwie überschaubar, in einer Fakultät, ist schon als einzelne Person, ähm, challenging. Kann man OER so, so grandios finden, dass man sich das echt antut? Also, ich finde die Idee super, auch von, das, definitiv, also das, die, Überlegung dahinter, aber das anzustoßen, so, einfach so nebenbei, ohne zu wissen, auch, auch ohne, dass das irgendwie, wenn wir mal ehrlich, keiner hat in seinen Verträgen drinstehen, als, als Leistungskennziffer, bitte OER etablieren. Also, es gibt vielleicht dieses, als offizielle, aber, warum sich das als Einzelmensch antun? Ja. Also, auch da wieder. Also, ich fand das auch, ähm, schwierig. Also, klar kann man das als Lehrperson immer mal wieder irgendwie hier und da ansprechen und wenn man halt irgendwie einen guten Draht hat zu seinem Studiendekan, Studiendekanen oder halt zum Prorektor, Prorektorin, ähm, dann, dann kann man da vielleicht irgendwie schon mal vorfühlen und vorsprechen, aber man wird jetzt, also, ne, ähm, das ist was, was man eben nicht jetzt bottom up und machen kann und was auch nicht top down passieren sollte, da muss man sich irgendwo in der Mitte treffen, aber da müssen halt schon, schon viele Leute an einem Strang ziehen und ich meine vielleicht auch, keine Ahnung, das wäre mal total interessant zu erfahren, ähm, warum das jetzt in Graz halt zum Beispiel so gut funktioniert hat, also, ähm, aus meiner Sicht müssen da ziemlich viele glückliche Zufälle zusammenkommen, damit dann sowas eben mal entsteht, ähm, und, weiß nicht, also offensichtlich hat es jetzt bei uns in vielen Bundesländern, und ich meine, du erinnerst dich, wir haben uns beim letzten Mal auch vorletzten Mal darüber unterhalten, dass das halt in NRW, bei Orca NRW, das gleiche Spiel ist, ja, und dass da halt, dass meinetwegen an der RWTH Aachen in der Fakultät ganz anders gesehen wird, als an der FH Aachen in dieser und jenen Fakultät, ähm, obwohl es da das riesengroße Landesnetzwerk und so gibt, und, tja, ähm, schauen wir mal, was da so passiert, ich meine, weiß ich nicht, mein Empfinden ist jetzt, dass die OER-Strategie da jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel dran, ähm, dran reißen wird, ähm, äh, ist eher so eine, ein, ein politisches Licht, würde ich jetzt, ja, mal gucken, ich meine, da, da, da hängt natürlich nochmal ein bisschen Geld mit dran, und da wird ein bisschen Geld in das System gepumpt, und ich meine, wenn jetzt irgendwie Projekte gefördert werden, die halt das Ziel haben, OER zu erstellen, dass dann am Ende hoffentlich der Projektträger auch schaut, dass diese, da in dem, mit, in dem Projekt mit Projekt mit den erstellten Materialien, auch wirklich irgendwo im Internet landen, und eben nicht in irgendeinem hochschulinternen Silo, so wie das halt sonst passiert, ähm, aber, ich meine, es ist halt, ich, ich, ich will das jetzt nicht, nicht in Frage stellen, und sozusagen irgendwie schlecht reden, aber es ist halt natürlich trotzdem so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, ein Schlag ins Gesicht ist halt zu hart, aber, ähm, es ist irgendwie komisch, gegenüber anderen Lehrpersonen, die halt seit irgendwie x Jahren, und nahezu Jahrzehnten, einen Haufen Zeug ins Internet gestellt haben, äh, dann im Prinzip für Umme, oder für einen feuchten Händedruck, oder für, für ein bisschen Fame, die sie halt jetzt irgendwie bei YouTube haben, oder, ähm, irgendwie auf anderen, auf anderen Plattformen, also, ne, weil, weil das eigentlich so ein, ist halt so ein selbstverständliches Ding, meines Erachtens, ne, also da, da jetzt halt nochmal Geld reinzuschieben, okay, ist halt nett, aber eben, das Geld sollte nicht dafür da sein, dass man jetzt am Ende die Materialien veröffentlicht, sondern, dass man vielleicht besonders gute und besonders innovative Materialien erstellt, die halt vorher noch nie, noch nie da waren, und ganz selbstverständlich stellt man die halt am Ende ins Internet, weil sie ja öffentlich finanziert sind, aber eben das Geld ist nicht dafür, Aber das ist doch meins, das ist doch meins, das, ja, es ist halt so eine, ah, zumal wir ja insgesamt, insgesamt ja eigentlich Bildung nicht verkommerzialisieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad, ähm, im Weiterbildungsbereich ist es ja dann wieder total angenommen und akzeptiert, ja, aber, also, verstehst du, das ist, ich, ich, ich befürchte, dass ich halt damit so ein Mindset etablieren könnte, jetzt sehr konjunktiv, und, und vielleicht, du hast ja vorhin den, in den, äh, äh, Advocatus Diaboli, wie man so sagt, oder so für die Insta, ich sage das jetzt mal für die OER-Strategie, also, dass halt der, äh, dass es vielleicht perspektivisch dazu führen kann, dass man halt sagt, als Lehrperson, ich stelle nur noch Sachen freien ins Internet, wenn ich Kohle dafür kriege, und wenn ich keine Kohle kriege, mache ich das nicht, ne? Obwohl das eigentlich die selbstverständlichste Sache der Welt sein sollte, dass man halt Sachen ins Internet stellt, und die Kohle vielleicht eben dafür nimmt, weil man jetzt besonders Hot Stuff produziert, mit, mit irgendwie dem Extra-Aufwand, der Extra-Meile, wie meinetwegen, wie wir mal diskutiert haben, diesen Page-Flow zum Beispiel, den wir da produziert haben, mit, wo man sagt eben, ne, ich sag mal, pro Minute Content, der da produziert wurde, jetzt irgendwie 10.000 Euro, nee, so viel nicht, aber ich sag mal, keine Ahnung, ein paar Tausend Euro Produktionskosten pro Minute, so wie halt in einer guten Fernsehserie, und das ist dann vielleicht das, was man auch mal gefördert bekommen kann, weil das eben, die Produktionskosten sind, die eben im Uni-Kontext, im Uni-Alltag nicht selbstverständlich sind, aber das Selbstverständliche ist, dass man das am Ende frei zur Verfügung stellt. Schon. Ich glaube auch, dass der wirkliche Heureka-Moment, oder Eureka-Moment bei vielen kommt, wenn sie für ihre, also wenn interessierte Menschen, die sich, ach, OER, da musst du ja immer erst erklären, was ist das, die Lizenzen, das ist schon, aber wenn sozusagen, wenn man selber das in einem Seminar, in einer Vorlesung, sonst wie auch immer, in einem Projekt eingesetzt hat, und diese echte Zeitersparnis mal hat, und wenn das nur 20 Minuten sind, aber es ist wahrscheinlich eher eine Stunde, und vielleicht passt der Baustein auch nicht so perfekt, aber dann baue ich drum rum, und ich glaube, dann ist, weil viele ist so, wir brauchen OER. Ja, nee, als Grundverständnis, um den Alltag zu bewältigen, und um gute bis akzeptable Lehre zu machen, brauche ich erstmal nicht OER. Ja, das muss man einfach mal irgendwie, weil irgendwie hat es an jedem Lehrstuhl, für jede Veranstaltung existiert was, die wenigsten werden komplett, und das ist sozusagen, und wenn es aber diesen Anreiz gibt, ja, und dann, klar, wenn es die Karte nicht mehr gibt, kann man sich auch, aber man kann sich auch auf anderen Wegen vernetzen, und dann könnte die intrinsische Motivation da sein, aber so als, als, ja, der Hashtag Selbstzweck, aber das Kommerzialisieren wäre, das wäre quasi die Umkehr, das wäre quasi genau die falsche Richtung, weil ich dachte auch kurz, mhm, Anreiz getrieben, verteilst du das Geld nach Klickzahlen, aber dann haben wir ja auch so, dann haben wir ja auch so Plattformquatsch, also, dann werden auch wieder nur Fördertöpfe, rein nach Quantität aus, weil natürlich könntest du es schon messen, du könntest in jedem der 16 Bundesländer, in einer perfekten Welt, die Top 10 der Videos, du könntest coole Weihnachtsvorlesungen prämieren, all das, was ja sowieso schon existiert, aber, spannendes Thema, schauen wir mal, was sich da in Zukunft noch irgendwie so dran entwickelt, vielleicht haben wir ja irgendwann mal eine eigene OR-Policy, ähm, magst du noch kurz aufklären, warum du für heute diesen, äh, diesen Hintergrund, dieses Hintergrundbild gebetet hast? Nö, ich hatte den, ich hatte den einfach drin, das war Zufall, aber es ist, es ist natürlich, also ich kann uns mal ein Stück kleiner machen, es, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir den beim letzten Mal schon hatten, und, ich glaube, es ist, aber dieses Mal haben wir per, per Zoom ge... Ja, per Zoom, ne, ich meine beim letzten Mal im richtigen Studio-Set, okay, okay, krass, da kann ich mich ehrlich nicht so richtig dran erinnern. Nicht, oder? Oder hatte ich das für eine Aufnahme? Ich finde es einfach einen ironischen Seitenhieb, muss ich sagen, also im Zweifelsfall ist einfach immer alles ironisch, weil das natürlich der altbackendste... Darum, ja, ja, ja. Ja, also ich meine, wenn wir das kurz analysieren wollen, dann haben wir ja nicht nur diese absolut horrende Kreidetafel, dreigliedrig, die ich ja, absolute Nemesis, ihr habt's gar, weiß man, aber auch dieser, der, der Pult, oder das Pult, ähm, aber auch, das ist ja alles höher, also der Lehrer oder die Lehrer, wer auch immer hier vorne steht, es ist absolutes Powerplay, ich da oben, ihr da unten, oder wir jetzt, wie wir im Publikum sitzen und, diese absolut abgeranzten Stühle, also ich liebe und hasse alles an diesem Bild zugleich und ich bin mir recht sicher, dass es auch von Unsplash oder Pixabay, jetzt wo ich so drüber laut drüber nachdenke. Vermutlich ist das so. Ja. Genau, aber das hatte keinen, keinen tieferen Grund, mir hat das Bild einfach nicht gefallen. Ja, und ich meine, ich, wie gesagt, ich bin jetzt wieder kein Experte in Urheberrecht, ja, aber zum Beispiel, ich, ich würde jetzt sagen, selbst wenn wir jetzt ein urheberrechtlich geschütztes Foto genommen hätten und das jetzt drei Minuten lang diskutiert hätten, was das Foto für uns aussagt, was wir auf dem Foto sehen, wie wir das interpretieren und so weiter und so fort und irgendwie, was ich den Urheber, die Urheberin des Fotos angegeben hätten, aber schon allein deshalb, weil wir uns darüber unterhalten, über dieses Foto und das irgendwie uns damit auseinandersetzen, wäre das sozusagen Grund genug gewesen, dieses Foto halt in diesem, in diesem Kontext zu verwenden. Wenn du es nur verwendest, weil es halt irgendwie geil aussieht, dann natürlich nicht, ne? Ja. Definitiv, das ist ja die, wie heißt das quasi, die, die Schaffenshöhe? Da gibt es gar nicht so ein schönes... Ja, ich finde das, da können, ja, ich weiß es auch nicht, da fehlen mir jetzt die Fachbegriffe, in dem Moment müsste ich jetzt mal irgendwelche Unterlagen nachschauen, aber, ja, okay, ich wollte, ich wollte nur, also, um das vielleicht zum Ende aufzuklären, warum wir, ich finde, ich finde das auch großartig, weil es irgendwie so... Ja, und ganz, ganz kurz jetzt, also ich bin ja absolut side of sources, also wir reden über das Bild von Barry Zoo und es heißt Classroom. Sehr schön. So. Und es ist von welcher Plattform? Von Unsplash. Okay. Und Unsplash hat halt eine Unsplash-License, so ähnlich wie Pixabay eine Lizenz hat. Und ich glaube, ich habe noch ein bisschen abgeschnitten, aber es ist halt einfach, es ist einfach so schön. So schön, nicht schön. Ja. Fantastisch. Träumchen. So. Siehst du, und das ist wieder genau, wie ich meine, mein konkretes Beispiel für OER. Ja, du nimmst ein kleines Element und machst damit halt irgendwas. Never ever nimmst du einen kompletten Kurs oder irgendwie ein komplettes Skript, 200 Seiten von irgendwem und machst damit deine eigene Lehrveranstaltung, weil das macht man einfach nicht. Das passt halt nie und nimmer. Ja, also wenn ich, der einzige Fall, der einzige Fall, wo ich das könne oder wo ich das machen würde, wenn ich von Uni A1 komme oder da mitgearbeitet habe, wechsle, weiß, dass ein Team Vorlesung X weiter macht und ich sie benutzen möchte. Also wenn man sich vorher analog kannte oder, aber nee, also ein ganzer Kurs schon mal gar nicht, vielleicht mal eine Einheit und dann rede ich aber eher, dann ist das für mich aber nicht, also dann ist es vielleicht OER-Content, aber ich kann ja auch einfach kuratieren im Sinne von, hey, also ich habe zum Beispiel jetzt, wir haben ja auch hier, ich baue jetzt mit Studierenden wieder MOOCs, die bauen ihren eigenen Online-Kurs und stellen ihn dann vor, der kommt auf die OpenHB-Plattform, machen wir regelmäßige Wintersemester und dann gibt es coole Aufnahmen, wie jemand einfach medienkritisch Videos analysiert, so ganz grob und dann lade ich nicht ein Video von YouTube runter, um das Video hochzuladen, sondern ich verlinke das und sage, schaut euch das bitte an, folgende Fragen werden wir diskutieren, aber dann lade ich die selber auf YouTube und welche Lizenz das dann ist, das ist mir egal, weil es ist irgendwie auf YouTube und wenn das nicht innerhalb von einem gewissen Zeitraum, aber die Frage, also wenn es nicht von einem Zeitraum runtergeschmissen wurde oder gegen Lizenzen oder wie auch immer, aber da mache ich mir jetzt nicht groß Gedanken. Ja genau, aber ich meine, das bedingt halt, dass die Leute sich eben für sich alleine zu Hause hinsetzen und dann halt jeweils eins in dieses YouTube-Video schauen. Ich meine, du könntest jetzt nicht dich in den Hörsaal stellen und halt sagen, ich will jetzt irgendwie ein Video zeigen von, keine Ahnung, von irgendwas, wie er ein Experiment gemacht hat, dann kann ich nicht öffentlich, quasi öffentlich, hochschulöffentlich, im Hörsaal dieses eine YouTube-Video halt zeigen. Wobei es diesen, oh weiß ich, welcher Paragraf ist das, aber es ist halt schwierig, dass man sich, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich in Diskussionen auf Paragrafen stürzen muss. Aber grundsätzlich, Forschung und Lehre, aber ich glaube, das ist nur, nur Klassenzimmertür zu. Also, das ist sozusagen, sobald irgendwie ein Livestream-Welt, es ist halt schade, weil ich habe, es gibt so viele Beispiele und dann wiederum, also wir können auch hier gleich mathematisch den Deckel zumachen, aber bei der Meme-Kultur, bei all den Lord of the Ring-Memes, es juckt niemanden. Bei all den, also Memes tauchen ja nicht einfach irgendwo auf, die werden irgendwie, also auch dieses ganze Boomer-Meme aus dem, ich glaube, Neuseeländischen Parlament von einer Jugend, von einer Politikerin, also Dinge entwickeln sich aus Grund von Pop-Kultur, aus Grund von Alltagskultur und bei den, weil Memes, die entstehen, da ist einem die Werbung dann wieder wert, aber natürlich will man sich nicht darauf verlassen und Memes und Hochschule können wir irgendwie auch mal ein eigenes, eine eigene Session drüber machen. Mit Matthias Mimdowski. Uh. Uh. Wie einige, einige meiner Studierenden mich nennen. Matthias Mimdowski. Ja, sind ja auch schöne neue Icebreaker. Memes im weitesten ist ja ein Meta-Meme. Es ist eine, wie sagt man denn, ne, eine Collage, ne, wie heißt denn das? Collage, ja. In dem, ähm, Pastiche. Pastiche? Okay, jetzt wird's. In dieser Urheberrechtsgeschichte, also man nimmt irgendwie Material und mixt das zusammen und wendet's dann halt jeweils und so und ich glaube, das ist, ähm. Okay. Viele schöne Dinge. So, mit, so, es wird langsam sehr duchelig. 96 Minuten. 96 Minuten. Und du siehst, mein Kamerabild wird immer schlechter, weil meine Kamera immer mehr den, den, den Dings hochzieht. der Focus Pump, die ISO ist, äh, hart am Limit. Äh, hart am Limit, genau, weil ich vor einem, natürlich, vor meinem Naturlichtfenster sitze und jetzt ist, jetzt kann ich hier wirklich schon Schattenspiele bald machen, ähm, und es wird langsam, ist dunkel draußen und ich habe keine Softboxen aufgebaut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier innerlich den Deckel zu. Es hat mich mal wieder gefreut. Wir haben vielleicht eine Spezialfolge vor uns beim nächsten Mal. Müssen wir, müssen wir mal schauen. In jedem Fall geht's hier mit digitalem Video, Video-Podcast, ja, es ist, es ist ein Vidcast. Äh, das war Folge 25 mit einem großen Potpourri und einem spontanen Themenauflauf, haha, pun intended, zu OER. Da machen wir mit Sicherheit beim nächsten Mal unter anderem weiter und irgendwas zu Videos und Mikrofonen wird's mit Sicherheit auch geben. Wie das Wintersemester dann weiterläuft, schauen wir auch mal. Der Oktober lief ja jetzt eigentlich ganz gut. Und bis dahin, genug von uns und habt noch einen schönen Mittwochabend. Guter Out. Guter Out, ja.